In Jesaja 35, Vers 5 heißt es, in dieser Zeit, wenn der Messias kommen wird, da ist hier die Rede davon. Wenn also Gott sich ein für alle Mal offenbaren wird, seine Prophetie auf Jesus hin, auf die Zeit, wo Gott sich ein für alle Mal offenbart hat. Er hat sich bereits offenbart im Alten Bund, zum Beispiel im zweiten Mose, als er sagte, ich bin der Herr, dein Herz. Aber er hat sich weiter offenbart in Jesus. Und da heißt es prophetisch von dieser Zeit, also von der Zeit, in der wir leben. Dann werden die Augen der Blinden aufgetan und die Ohren der Tauben geöffnet. Dann wird der Lahme springen wie ein Hirsch und jauchzen wird die Zunge des Stummen. Denn in der Wüste brechen Wasser hervor und Bäche in der Steppe. Und die Wüstenglut wird zum Teich und das dürre Land zu Wasserquellen. Also das ist die Zeit des Messias. Das ist die Zeit des Erlösers. Das ist eine prophetische Schriftstelle hin auf das Kommen von Jesus. Und Jesus ist gekommen. Und ihr Lieben, er ist nicht wieder gegangen. Ja, er ist aufgefahren in den Himmel körperlich. Aber bevor er aufgefahren ist in den Himmel körperlich, hat er gesagt, ich komme wieder. Und zwar in Form des Heiligen Geistes. Ich lasse euch nicht als Weisen zurück, sondern ich sende euch meinen Stellvertreter. Ich sende den, der von mir reden wird. Ich sende den, der von mir zeugen wird. Ich sende den Geist, der euch mich lebendig machen wird. Mich real machen wird. Und weißt du, dieser Geist ist heute Morgen hier. Es ist der Heilige Geist. Er macht Jesus real, weißt du. Jeder Geist, der Jesus nicht real macht für die Menschen, ist nicht der Heilige Geist. Egal wie viel Kraft er haben mag oder egal was er dir erzählen mag. Aber dieser Geist von Jesus, dieser Heilige Geist, er macht dir Jesus real, als der, der wirklich ist. Der Herr, dein Arzt. Und wenn das geschieht, heißt es, dann werden die blinden Augen aufgetan. Die Ohren der Tauben geöffnet. Ich glaube, dass das heute Morgen hier passiert. Weil er ist hier. Amen. Dann wird der Lame springen wie ein Hirsch. Ich glaube, dass wir heute Morgen hier einige Hirsche sehen werden. Halleluja. An anderen Stelle heißt es, Malachi 3, Vers 20 heißt es, wir werden umher springen wie die Mastkälber. Also wir werden nicht nur Hirsche sehen, sondern auch Mastkälber. Frag mal deinen Nachbarn, bist du hier ein Hirsch oder ein Mastkalb? Das geschieht. Jauchzen wird die Zunge des Stummen. Halleluja. Ich glaube, dass Gott hier, das hat er mir stark aufs Herz gelegt, auch schon vor dem Gottesdienst. Ich glaube, dass einige Menschen wirklich die Sprachstörungen hatten oder Schwierigkeiten mit Reden. Junge, Alte, wie auch immer, Kinder, Erwachsene, dass er sie freisetzen wird heute Morgen. Auch über Livestream. Wenn du irgendjemand Stummes kennst, dann sag ihm gerade jetzt. Schreib sie ihm. Du kannst es ihm ja nicht sagen. Doch, du kannst es sagen, aber vielleicht ist er auch taub. Dann schreib sie ihm, dass er wirklich einschalten soll. Und ich glaube, dass Gott heute Morgen wirklich Zungen lösen wird. Das glaube ich. Weil er ist dasselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit. Amen. Halleluja. Die Augen der Blinden werden aufgetan. Die Ohren der Tauben geöffnet. Die Lahmen springen wie ein Hirsch oder wie ein Mastkalb. Und jauchzen wird die Zunge des Stummen. Halleluja. Halleluja. Sag mal zu irgendjemand in deiner Nähe. Mach dich bereit heute Morgen. Halleluja. Und dann darfst du dir einen Platz suchen, solange die, die können. Halleluja. Halleluja. Wir nehmen das Pult runter. Halleluja. Danke, Jesus, damit ich ein bisschen näher komme. Halleluja. Halleluja. Gott ist gut. Amen. Gott ist so gut. Halleluja. Lass mir noch ein bisschen Platz. Sag zu irgendjemand in deiner Nähe, Gott ist so gut. Halleluja. Besser geht es gar nicht. Halleluja. Und heute sollst du ihn sehen, wie er wirklich ist. Amen. Sagst du deinem Nachbarn, heute sollst du ihn sehen, wie er wirklich ist. Halleluja. Danke, Jesus. Oh, mehr, 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 heiliger Gott. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Halleluja. Weißt du, Ostern ist noch nicht lang her. Und an Ostern, da haben wir uns einander zugesprochen, der Herr ist auferstanden. Stimmt's? Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Amen. Wenn er auferstanden ist, dann heißt es, er lebt. Wenn er lebt, dann heißt es, dass er real ist. Wenn er real ist und es von ihm heißt, dass er überall gleichzeitig ist, weil er Gott ist, weil er allmächtig ist, dann ist er heute Morgen hier. Amen. Dann ist er hier in diesem Raum. Halleluja. Er ist der Täufer mit dem heiligen Geist. Wow. Wow. So habe ich dich auch noch nie gesehen. Halleluja. Oh, freist den Herrn. Halleluja. Halleluja. Jesus ist real. Und du bist hier, um ihm zu begegnen. Er ist hier, weißt du, das Wort sagt, wo zwei oder drei versammelt sind in seinem Namen, da ist er mitten unter ihnen. Warum ist er mitten unter uns? Um uns zu begegnen. Sag mal zu deinem Nachbarn, auch du brauchst Jesus. Früher immer so das evangelistische Standardspruch. Auch du brauchst Jesus. Ja, es ist wirklich so. Halleluja. Weißt du, was du brauchst, was du brauchst, ist nicht eine Religion. Was du brauchst, ist nicht irgendwie ein Sammelsurium von Anweisungen, wie du besser leben kannst. Was du brauchst, ist nicht Christentum als Religion oder als Institution, sondern was du brauchst, ist eine persönliche Begegnung mit Gott. Amen. Was du brauchst, ist Christus. Du brauchst nicht Christentum, sondern du brauchst Christus. Wir brauchen Christus. Ich sag dir, es gibt zu viel christusloses Christentum. Es gibt zu viel Christentum ohne Christus. Zu viel Christentum ohne Begegnung mit Christus. Weißt du, Christentum ist da, wo Christus ist. Und da, wo Christus ist, da begegnet er dir. Und da, wo er dir begegnet, begegnest du ihm. Und da, wo du ihm begegnest, wirst du verwandelt. Amen. Du kannst nicht der Gleiche bleiben. Sag mal zu irgendjemand anderem, nee, ganz egal, wie alt du bist, du kannst nicht der Gleiche bleiben. Weißt du, dieser Veränderungsprozess hört nie auf. Weißt du, das ist so wichtig. Paulus sagt an einer Stelle, und diese Stelle kann man leicht falsch verstehen, jedenfalls in der Elberfelder Übersetzung. Da sagt er nämlich, schafft mit Furcht und Zittern, dass ihr selig werdet. Amen. Aber weißt du, damit meint er nicht, dass du dich in den Werken überschlagen sollst, im Sinne von, oh, was kann ich noch alles tun, um Gott zu überzeugen, dass er mich am Ende errettet. Was kann ich noch alles tun, um noch christlicher zu werden? Was kann ich noch besser machen? Was kann ich noch, wie kann ich noch mehr Frucht bringen? Oder all diese Dinge, weißt du, nein, es geht letztendlich darum, deine Seele braucht Erlösung. Amen. Deine Seele braucht Erlösung und zwar abgrundtief. Unsere Seele braucht Erlösung. In dem Moment, wo du von Neuem geboren wirst, Jesus hat ja gesagt, ihr müsst von Neuem geboren werden. In dem Moment, wo du von Neuem geboren wirst, wird dein Geist erlöst, neu, nach dem Ebenbild Gottes vollkommen geschaffen. Amen. Das heißt, da fehlt nichts mehr. Amen. Die neue Schöpfung ist vollkommen. Er sagt, Kolosser 2, Vers 9, in ihm seid ihr vollkommen gemacht. Dein Ich, dein wahres Ich, deine Persönlichkeit, dein Du, dein, das, was dich als Ebenbild Gottes ausmacht, ist in dem Moment vollkommen geschaffen, wo du Jesus Christus in deinem Herzen aufnimmst. Amen. Aber wir von euch wissen auch, dass unsere Seele, also unser Verstand, unser Denken, unser Wollen, unser Fühlen, dass es noch Erneuerung braucht. Amen. Ja, sie braucht tatsächlich immer weiter Errettung. Das heißt, an verschiedenen Stellen ist im Neuen Testament davon die Rede, dass wir unsere Seelen retten. Ja, da steht nicht, dass unsere Seelen schon gerettet sind, sondern sie müssen Schritt für Schritt gerettet werden. Sie müssen immer mehr verwandelt werden, sodass sie immer mehr Jesus begegnen können. Damit sie eines Tages, weißt du, wenn Jesus mit dir durch ist hier auf dieser Erde, dass er dich wirklich als vollkommene Braut, Geist, Seele und Körper empfangen kann. Mein erster Thessalonicher, Kapitel 5 heißt es, damit Geist, Seele und Körper unsträflich oder untadelig bewahrt werden bis zu dem Tag Christi Jesu. Amen. Das ist ein Prozess, da ist ein Prozess der Erneuerung, die Erlösung, die Verwandlung, die Errettung deiner Seele geht immer weiter. Amen. Denke nicht, dass wenn du schon 80 bist oder 85 bist, dass es dann am Ende ist. Sag dir, solange du noch hier bist, geht es weiter. Die Verwandlung. Wie viel mehr, wenn du 20 bist, hörst? Oh, aha. Hadassah, da wird noch viel verwandelt. Halleluja. Woher ist es denn, ja? Aber weißt du, manchmal sind 20-Jährige weiter als manche 70-Jährigen. Weil wenn du dein Leben lang stehen geblieben bist und nichts anderes als Religion gelebt hast, kann es sein, dass du mit 70 noch nicht da bist, wo andere mit 20 sind. Amen. Und trotzdem geht es immer weiter. Weißt du, ich will, dass meine Seele immer mehr Jesus ähnlich wird. Ich will nicht eines Tages vor Gott stehen und dann muss er sagen, ja, also irgendwo so ganz tief drin, da sehe ich in deinem Geist, sehe ich ja das Licht der neuen Geburt irgendwie flackern, aber ansonsten sieht man es dir wirklich nicht an. Und dann muss er erstmal kräftiges Feuerchen anmachen. Paulus schreibt ja davon, dass Holz, Heu und Stroh wird verbrannt, damit Gold, Silber und Edelsteine bleiben. Amen. Und ich will nicht, dass dann erst ein großes Feuer gemacht werden muss, um erstmal alles Mögliche zu verbrennen, weil es alles unverwandelt, unerneuert, unerlöst, unerrettet ist, sodass dann am Ende noch dieser winzige Edelstein der neuen Geburt, dieses Samens, den Jesus in mein Herz hineingesätet hat, dass das am Ende übrig bleibt und ich dann wie durchs Feuer hindurch errettet werde. Weißt du, da habe ich keine Lust drauf. Amen. Sondern ich möchte wirklich, dass in diesem Leben, weißt du, dieser Diamant meiner Seele, genauso wie der Diamant deiner Seele, weißt du, deine Seele ist ein Diamant. Sag mal zu deinem Nachbarn, du Edelstein, du. Also es ist, eine Seele ist wie ein Diamant und dieser Diamant muss geschliffen werden. Er ist ein Rohdiamant, aber er wird geschliffen, verstehst du? Dieser Diamant muss poliert werden, dieser Diamant muss erneuert werden, dieser Diamant muss immer schöner gemacht werden, sodass es immer mehr sichtbar wird. Dass er immer mehr strahlt, dass er immer mehr so strahlt, wie Jesus es ist. Du bist auf dem Weg. Amen. Sagen wir zu deinem Nachbarn, es wird immer besser mit dir. Du strahlst schon mehr, als du vor zwei Monaten gestrahlt hast. Hoffentlich. Halleluja. Und weißt du, diese Verwandlung passiert, indem wir ihn anschauen. So passiert die Verwandlung. Und genauso wie so die Verwandlung deiner Seele passiert, die Errettung deiner Seele passiert, indem du ihn anschaust, genauso passiert die Verwandlung deines Körpers, indem du ihn anschaust. Amen. Indem du ihn anschaust, weil er ist nicht nur der Herr, dein Arzt für deine Seele. Er ist nicht nur der Herr, dein Erlöser für deine Seele, sondern er ist der Herr, dein Arzt auch für deinen Körper. Amen. Ich meine, Jesaja konnte es nicht klarer sehen, als in Jesaja 53, Vers 4 bis 5. Da hat er ihn ja gesehen, da hat er ihn ja gesehen, nicht nur als uns, den Erlöser unserer Seelen, sondern da hat er gesagt, jedoch unsere Krankheiten, er hat sie getragen. Das ist das Wort, das im Hebräischen da steht. In manchen Übersetzungen haben sie dann geschrieben, jedoch unsere Leiden, er hat sie getragen. Und dann kommen die schlauen Theologen und sagen, ja Leiden, das kann ja alles sein. Das kann ja seelisch sein, das kann ja geistlich sein und so weiter. Aber hier steht im Hebräischen, das kann man im Hebräischen nicht anders verstehen, als körperliche Krankheiten. Amen. Und diese körperlichen Krankheiten, er hat sie getragen. Unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Wir aber, wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er war durchbohrt um unserer Vergehen willen. Das ist jetzt die Strafe für die Sünden, zerschlagen um unsere Sünden willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden. Und jetzt kommt es. Und durch seine Striemen ist uns Heilung. Und zwar körperliche Heilung geworden. Petrus zitiert diesen Vers und er sagt, durch seine Striemen. 1. Petrus 2,24. Durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Jesus war die Verkörperung dieser prophetischen Schau von Jesaja. Amen. Als Jesus kam, war er von Anfang an, in dem Moment jedenfalls, wo er seinen Dienst begann, nicht als Kind, da war das noch nicht sichtbar, aber in dem Moment, als er seinen Dienst begann, war er die Verkörperung dieser Weissagung von Jesaja. Und das kannst du nachlesen, ganz genau, so wird es nämlich da auch gesagt, in Matthäus 8, Vers 16, wo es nämlich heißt von Jesus, Als es aber Abend geworden war, brachten sie viele Besessene zu ihm. Ich weiß nicht, das ist heute ein oder andere Besessene auch hier, dass ich kurz melde es. Vielleicht, okay. Brachten sie viele Besessene zu ihm und er trieb die Geister aus mit seinem Wort und er heilte alle Leidenden. Alle Leidenden, die seelisch Leidenden und die körperlich Leidenden. Und jetzt sagt Matthäus weiter, damit nämlich erfüllt würde, was durch den Propheten Jesaja geredet ist. Und er zitiert Jesaja 53, der nämlich spricht, er selbst nahm unsere körperlichen Schwachheiten weg und trug unsere Krankheiten fort. Amen. Damit erfüllt würde. Sagt es irgendjemand in deiner Nähe. Damit erfüllt würde. Jesus wurde offen, muss nicht weitersprechen, sonst müssen wir die Predigt zweimal halten. Sonst muss die ganze Predigt im Chor, das ist auch nicht schlecht. Dann predigen wir mal so, ich sage einen Satz und ihr sprecht es einfach nach. Das ist so wie früher, ich war mal in so einer ganz traditionellen pietistischen Stunde mal vor vielen Jahren. Und da war es immer so, da hat immer das Harmonium eine Zeile gesungen. Da hat man nicht ein Lied zusammengesungen, sondern das Harmonium hat eine Zeile gesungen. Und dann hat es Pause gemacht und dann haben alle nachgesungen. So immer schön im Wechselgesang. Können wir auch machen. Halleluja. Das wäre mal was beim Predigen. Dann geht es vielleicht noch tiefer rein, weil du es bekennst. Das Wort Gottes. Aber jetzt weiß ich nicht mehr, wo ich war. Jetzt weiß ich immer mit diesen Ausflügen irgendwo hin. Halleluja. Weißt du, ja. Ja, als Jesus kam, heißt es, er heilte alle Leidenden. Nicht einfach so, weil er jetzt dachte, okay, das wäre jetzt auch mal schön. Ich habe einfach jetzt so ein Herz gerade da für diese Kranken und deswegen heile ich sie. Nein, sondern Matthäus sagt, er heilte alle Leidenden, damit erfüllt würde, was durch den Propheten Jesaja gesagt ist. Mit anderen Worten, damit erfüllt würde, was durch das ganze Alte Testament vorausgesagt wird. Ich habe vorher Jesaja 35 zum Beispiel auch zitiert. Was im ganzen Alten Bund immer wieder gesagt wird, nämlich, wenn der Messias kommt, dann wird er nicht nur ein Erlöser sein für unsere Seelen. Dann wird er nicht nur geistlich unser Erlöser sein, sondern dann wird er auch der Heiler für unsere Krankheiten sein. Amen. Halleluja. Jesus ist unser Heiler. Amen. Willst du Heilung, geh zum Heiler. Ich meine, rein menschlich gesehen, auf der menschlichen Ebene, willst du Heilung, gehst du zum Arzt. Ja, also manche machen das. Und das ist auch nicht schlecht, verstehst du? Manche sagen vielleicht, ich gehe nicht zum Arzt. Okay, aber weißt du, die Ärzte können auch was. Die haben natürliche Möglichkeiten, um dir körperlich zu helfen. Aber wie viele von euch haben schon gemerkt, dass menschliche Ärzte auch an ihre Grenze kommen? Und dass es Dinge gibt, die können sie einfach nicht. Und das sagen sie auch selber. Das können wir nicht. Das haben wir nicht in der Hand. Wir können nichts garantieren. Wir wissen es nicht. Wir wissen nicht, wie es zusammenhängt. Wie auch immer. Ja, sie kommen an ihre Grenzen. Aber wie viele von euch wissen das? Wenn Gott sagt, ich bin der Herr, dein Arzt, dann kommt er niemals an seine Grenzen, weil er der grenzenlose Arzt ist. Er ist nämlich Gott und Gott ist grenzenlos und somit sind seine Möglichkeiten grenzenlos. Und da, wo Menschen keine Möglichkeit mehr sehen, da fängt Gott erst an. Halleluja. Und wenn du ihm begegnest, weißt du, und darauf kam es an. Es heißt hier, Matthäus 8, 16 heißt es, er halte, er halte, beziehungsweise Vers 16 am Anfang heißt es, als es aber Abend geworden war, brachten sie viele Besessene zu ihm und er trieb die Geister aus mit seinem Wort und er heilte alle Leidenden. Welche Leidenden heilte er offensichtlich hier? Alle die, die zu ihm kamen. Wir haben nirgendwo in der Bibel irgendwie ein Bibelferst, der sagen würde, ja, Jesus kam und sagte, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, arm gute Botschaft zu verkünden, gefangenen Freiheit auszurufen, blinden, dass sie wieder sehen, zerschlagen, in Freiheit hinzusehen und auszurufen, das Gnadenjagd Gottes. Und von diesem Moment an wurden alle Kranken in ganz Israel einfach gesund. Steht nicht in der Bibel, oder? Komisch, hm? Hätte er ja auch machen können. Ich meine, wenn er der Herr, unser Arzt ist, er kann ja einfach seinen Fuß hier in Deutschland, nach Deutschland setzen und sagen, so, und jetzt werden alle Krankenhäuser leer. Weißt du, das sind manchmal die Argumente, die manchmal Menschen bringen, auch religiöse Leute bringen, wenn sie sagen, ja, wie könnt ihr an Heilung glauben, da liegen noch so viele Menschen im Krankenhaus und sind krank, wie geht denn das, wenn Gott wirklich heute noch heilt, warum sind diese Menschen dann krank? Schau, der Punkt ist ganz einfach der, als Jesus über diese Erde ging, heilt er auch nicht einfach alle Menschen, die auf der Erde damals waren, sondern er heilt die, die zu ihm kamen. Amen. Warum heilte er die, die zu ihm kamen? Ganz einfach. Und da bin ich beim Punkt. Weil er der Heiler ist. Was du brauchst, ist eine persönliche Begegnung mit ihm, um geheilt zu werden. Du brauchst nicht einfach nur Heilung, sondern du brauchst eine Begegnung mit dem Heiler. Und darauf kam es Gott von Anfang an an. Verstehst du, und das ist der Unterschied zu allen Geistheilern und Esoterikern und so weiter, die versuchen mit irgendwelchen Kräften und Maschinen und was auch immer Menschen zu heilen. Verstehst du, ist der Unterschied. Bei diesen Methoden hast du keine Begegnung mit dem, der der Heiler ist. Du hast überhaupt keine Begegnung mit irgendjemandem, außer vielleicht mit dem Geistheiler. Und mit irgendeiner Energie. Aber weißt du, Gott will nicht, dass du geheilt wirst, einfach durch irgendeine Energie. Sondern Gott will dir begegnen. Gott will dich persönlich. Gott will, dass du durch ihn geheilt wirst. Gott will, dass du ihn als den Heiler kennenlernst. Amen. Halleluja. Und deshalb bist du hier heute Morgen. Und er hat schon auf dich gewartet. Amen. Er hat sich schon gefreut auf dich. Er hat sich schon darauf gefreut, dir zu begegnen heute Morgen. Weißt du, es steht nirgendwo in der Bibel steht, als Jesus über diese Erde ging, dass er irgendjemand, der zu ihm kam, um geheilt zu werden, dass er irgendjemand abgewiesen hätte. Nie. Auch hier heißt es, er heilte alle Leidenden, die zu ihm gebracht wurden. Alle. Und es steht an mehreren Stellen. Einmal hat ihn der Aussätzige gefragt und hat gesagt, Herr, wenn du willst, kannst du mich heilen. Er hat nicht gesagt, nein, ich will nicht. Du bist die Ausnahme. Ich habe hier alle geheilt, aber jetzt bin ich müde geworden. Ich will nicht mehr. Komm morgen zum Kaffee wieder. Er hat ja nicht gesagt, die anderen hier, die sind einfach viel bereiter als du. Du bist noch nicht so gut. Du musst noch ein bisschen dich mehr, du musst noch ein bisschen mehr fasten. Du musst noch ein bisschen mehr dich mal heiliger, noch ein bisschen heiliger machen. Du musst noch ein bisschen heiliger werden und dann werde ich dir begegnen. Nein, Jesus hat einfach gesagt, ich will, sei gereinigt. Jesus will. Sag mal, Jesus will. Halleluja. Er will dir begegnen. Das ist der entscheidende Punkt. Er will dir begegnen. Weißt du, und Gottesdienste sind eigentlich schlicht und einfach dazu da, um eine Begegnung mit Gott zu initiieren. Gott will eine Begegnung initiieren mit dir. Amen. Er hat dich heute Morgen hierher gezogen, um eine Begegnung mit dir zu initiieren. Und ich sage dir, er ist da sehr gut da drin. Also du kannst dich total entspannen, du kannst dich total locker lassen, du musst nichts machen. Du musst nicht irgendwie, oh ja, ich muss ihm begegnen. Also manchmal, da wird man auch so verkrampft und denkt, ich muss jetzt einfach, ich schaue einfach so lang in meine geschlossenen Augen rein, bis ich Jesus sehe. Und dann verkrampft und dann verkrampft und ich sage, ich muss Jesus begegnen. Also er will dir mehr begegnen, als du ihm begegnen willst. Also überlass es einfach ihm. Überlass die Begegnung einfach ihm. Und er will dir begegnen, heute Morgen, als der Herr, dein Arzt. Halleluja. Bereits den Herrn Matthäus 9, Vers 12, bezeichnet Jesus sich selber als unser Arzt. Ja, er sagt dann nämlich an dieser Stelle, da spricht er mit Pharisäern und Schriftgelehrten, die ihn verurteilt haben, weil er mit Zöllnern und Zündern gegessen hat. Und dann sagt er zu ihnen, nicht die Starken brauchen einen Arzt, sondern die Kranken. Ja, mit anderen Worten, Jesus sah sich in der Rolle des Arztes. Manche sagen, deswegen hat er ein weißes Gewand an. Glaube ich jetzt nicht. Das war einfach damals üblich für Leute, die Jünger mit sich geführt haben oder Rabbis und so weiter. Die hatten einfach weiße Gewände an. Aber weißt du, er sah sich in der Rolle des Arztes. Er sieht sich heute Morgen in der Rolle deines Arztes. Schau einfach mal einen Moment weg von deinem irdischen Arzt, was der gesagt hat. Und weißt du, das ist alles gut. Und Gott hat auch die irdischen Ärzte geschaffen und er segnet sie mit Fähigkeiten. Und die Medizin hat gewaltige Fortschritte gemacht die letzten 150 Jahre. Und das ist wunderbar und das ist auch eine Gabe Gottes. Amen. Aber weißt du, heute Morgen willst du ihm als deinem Arzt begegnen. Und er ist ein eifersüchtiger Gott. Und deswegen musst du einfach mal all die anderen Gedanken an deinen irdischen Arzt und was der gesagt hat und was jener gesagt hat und was das Problem hier ist und so weiter. Du musst es einfach mal loslassen. Du musst es einfach mal weglassen. Du musst einfach mal sagen, okay, spielt jetzt mal keine Rolle. Amen. Und dann will er dir begegnen. Halleluja. Psalm 147, Vers 2-3 ist auch eine Weissagung auf ihn, deinen Arzt. Halleluja. Preis den Herrn. Wie viele von euch spüren die Gegenwart von Jesus? Halleluja. Psalm 147, Vers 2-3 heißt es, der Herr baut Jerusalem auf. Die zerstreuten Israels sammelt er. Er heilt die, die zerbrochenen Herzen sind. Er verbindet ihre Wunden. Das klingt für mich nach Arzt. Das macht ein Arzt. Er verbindet die Wunden. Also er schaut sich genau an. Was ist Sache? Also Jesus kennt auch jede Ursache, die es vielleicht gibt für irgendetwas. Manchmal gibt es Ursachen für Krankheiten, die du vielleicht gar nicht kennst. Aber er kennt sie. Er weiß, wie er mit jeder Wunde umzugehen hat. Und zwar ganz egal, ob mit einer körperlichen Wunde oder mit einer seelischen Wunde. Und manchmal gibt es auch Zusammenhänge zwischen seelischen Wunden und körperlichen Wunden. Du kannst davon ausgehen, Jesus hat das alles im Blick. Amen. Er weiß es ganz genau, was du brauchst. Er weiß ganz genau, er versteht sein Geschäft als Arzt. Ich meine, irdische Ärzte können besser sein oder können schlechter sein. Oder? Sind nicht alle gleich gut. Okay. Aber der himmlische Arzt. Es gibt kein Besseren. Amen. Halleluja. Und heute Morgen wollen wir ihm als unserem Heiler begegnen. Ich werde heute nicht lang predigen, sondern wir wollen ihm begegnen. Weißt du, die Begegnung mit ihm ist die Predigt. Wie von euch glauben, dass es noch besser ist, als Predigten zu hören, ist einfach, Jesus zu begegnen. Und klar, Predigen sind wichtig, weil es heißt auch im Psalm 107, Vers 20, heißt es, er sandte sein Wort und heilte sie. Weil Jesus ist das personifizierte Wort. Deswegen ist es bei uns übrigens auch erlaubt, schon während der Predigt geheilt zu werden. Bist du nicht froh? Manche merken vielleicht gar nicht, wie sie schon geheilt werden, weil Jesus dir schon begegnet in deinem Körper. Während du das Wort hörst, während du das Wort Gottes gepredigt hörst, während du ihn als deinen Heiler gepredigt hörst, ist er bereits am Wirken. Sind die Engel Gottes schon da und kriegen schon Aufträge von ihm, vom Heiligen Geist. Er sagt, hey, schraub mal da im Körper, schraub mal da rum an diesen Metallplatten oder schraub mal da rum an diesen Knochen oder geh mal da rein. Du Engel, du kreativer Engel, geh mal da rein und bring mal diese Bauchspeicheldrüse wieder zum Laufen. Gib mal diesem Herzen wieder einen Schucker. Ja, tu diese Leber mal wieder entgiften in Jesu Namen, aber nicht, damit du dich nachher wieder voll saufen kannst. Halleluja. Ja, weißt du, Gott gibt manchmal solche Gnade. Ich habe das gesehen, wie Gott Alkoholiker berührt und wirklich übernatürlich Lebern entgiftet. Sogar auf die Gefahr hin, dass sie wieder rückfällig werden. Wir haben gesehen, dass bei Leuten teilweise zwei, drei Mal Jesus übernatürliche Entgiftung gemacht hat, obwohl sie wieder zurückgefallen sind. Also Gott ist so gnädig. Amen. Aber irgendwann mal, sagt es tiefer, irgendwann mal geht es tiefer rein und du begegnest ihm als deinem Heiler. Du begegnest nicht mehr nur irgendeiner Kraft, sondern du begegnest ihm als deinem Heiler. Und das verwandelt dich. Weil wenn er als dein Heiler dir begegnet, dann kommt göttliche Gesundheit in dein Leben. Und wie von euch wissen, dass es noch besser ist, als ein Heilungswunder zu empfangen, ist es einfach dauerhaft in Gesundheit zu leben. Weil ich sage, manchmal sage ich zu Leuten, die sagen, wir wollen mehr Heilungswunder sehen. Dann sage ich manchmal, ja, das ist schon gut, aber bist du dir auch dessen bewusst, damit mehr Heilungswunder passieren, braucht es mehr Kranke. Braucht es mehr Leute, die ein Wunder brauchen. Okay, aber ich verstehe, wie es gemeint ist. Es ist schon ein gutes Gebet. Halleluja. Weil es gibt genügend Kranke. Amen. So oder so, egal ob wir beten. Es gibt genügend Kranke in der Welt. Und sie brauchen Heilungswunder. Amen. Aber noch besser als Heilungswunder ist, ihn als deinen Heiler zu erkennen, ihn als deinen Heiler anzunehmen, ihm als deinem Heiler zu begegnen und verwandelt zu werden. Halleluja. Und ich glaube, heute Morgen wollen wir ihm begegnen. Wir wollen ihm begegnen als unserem Heiler. Martina, warst du heute auf der Bühne zum Keyboard? Ja, genau. Kannst du mal nach vorne kommen und einfach mal im Hintergrund spielen? Weil ich glaube, dass der Heilige Geist wirklich heute Morgen eine Begegnung initiieren möchte mit ihm als unserem Heiler. Vielleicht bist du auch heute Morgen hier und du sagst, ja, weil das kann sein, weißt du, gerade wenn du seit langem an Symptomen leidest, durch Krankheitsgeschichten durchgegangen bist. Ich weiß, das kann sein, da bist du wie müde oder da ist was in deinem Herzen, wo du sagst, oh, ich suche Jesus schon so lange. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Ich suche ihn ja als meinen Heiler. Ich suche, ich suche ja seine Hilfe. Aber wo ist er? Und vielleicht bist du wie müde geworden auch im Laufe der Zeit. Der Heilige Geist hat mir eine Geschichte für dich gegeben heute Morgen. Das möchte ich zum Schluss, bevor Martina, oder du kannst schon beginnen zu spielen im Hintergrund, aber bevor wir wirklich in diese Begegnung auch hineingehen, das möchte ich dir einfach vorlesen aus dem Johannes 20. Von einer Frau, die auch verzweifelt Jesus gesucht hat, weil sie ihn einfach liebte und weil sie einfach wusste, also Jesus war für sie ihr Leben. Diese Frau, die hieß Maria Magdalena, ja, diese Frau hatte erlebt, ich meine, wir von euch haben The Chosen gesehen, wie Jesus Maria Magdalena befreit? Starke Sache. Ich war ein bisschen gruselig am Anfang, die Episode, aber ganz zum Schluss geht es gut aus. Halleluja. Aber was diese, ich meine, es war ja real so, diese Frau war besessen. Sieben böse Geister hatte sie erlebt, in Ehebruch und so weiter. Ihr Leben war total durcheinander, war zerstört und Jesus kam und hat sie befreit. Und ab dem Moment war Jesus ihr Leben. Und Jesus war ihr Ein und Alles. Und sie ist ihm nachgefolgt und sie hat ihn geliebt und sie hat sich so nah wie möglich bei ihm aufgehalten. Und als er gekreuzigt wurde und ins Grab gelegt wurde, da war sie eine der Ersten, die zum Grab gingen nach dem Sabbat, weil am Sabbat durften die Juden nicht zum Grab. Also direkt nach dem Sabbat, schon im Morgengrauen heißt es, ist sie, oder in der Dämmerung, manche sagen, es war das Abendgrauen am Samstagabend, weil je nachdem, wie man das jüdisch interpretiert, aber da gehe ich jetzt nicht näher drauf ein. Auf jeden Fall war es Dämmerung. Okay. Sie war eine der Ersten, die zum Grab gingen. Warum? Weil sie Jesus nahe sein wollte. Und warum? Weil sie unendlichen Schmerz empfand darüber, dass Jesus nicht mehr da war. Und dann lesen wir diese Geschichte, Johannes 20, Vers 11. Heißt es, Maria aber stand draußen bei der Kruft und weinte. Als sie nun weinte, bückte sie sich vornüber in die Kruft und sie zwei Engel in weißen Kleidern da sitzen, einen bei dem Haupt und einen bei den Füßen, wo der Leib Jesu gelegen hatte. Und jene sagen zu ihr, Frau, was meinst du? Sie spricht zu ihnen, weil sie meinen Herrn weggenommen haben und ich nicht weiß, wo sie ihn hingelegt haben. Also selbst als Jesus gestorben war, wollte sie ihm noch nahe sein und es war für sie ein Schmerz, dass der Leib von Jesus nicht mehr da war. Sie hat ja nicht verstanden, was passiert war, sondern sie dachte, jemand hat diesen Leib gestohlen und dieser Jesus war ihr so kostbar. Sie wollte ihm nahe sein und sie sagte, sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Und dann geht es weiter und dann heißt es, als sie dies gesagt hatte, wandte sie sich zurück und sieht Jesus dastehen, aber sie wusste nicht, dass es Jesus war. Also sie sah einfach einen Mann dastehen. Und dieser Mann, also es war Jesus, aber es wusste sie nicht, sprach zu ihr und sagte, Frau, was weinst du? Wen suchst du? Sie, in der Meinung, es sei der Gärtner, das war das, was ich dachte, der Gärtner, war naheliegend, sprich zu ihm. Herr, wenn du ihn weggetragen hast, so sage mir, wo du ihn hingelegt hast und ich werde ihn wegholen. Ich meine, schau dir diese Liebe an von Maria, sie sagt, ich will ihn wegholen. Ich meine, es war eigentlich total absurd, sie hatte gar nicht die Kraft, ihn irgendwo wegzuholen. Ich meine, wie hätte sie den Leib von Jesus, ich meine, es war ein ausgewachsener Mann und sie war eine zarte Frau, sage ich mal, wahrscheinlich jedenfalls. Also sie hatte sicher nicht die körperliche Kraft allein, den Leib von Jesus irgendwo hinzuschleifen. Aber sie wollte ihm einfach nahe sein, sie sagt, hey, sie haben ihn weggeholt und wenn du ihn weggetragen hast, so sag mir, wo du ihn hingelegt hast, ich werde ihn wegholen. Ich will diesen Jesus, ich brauche diesen Jesus. Vielleicht bist du heute Morgen hier und du hast dich so ähnlich gefühlt, du hast gesagt, ich brauche diesen Jesus. Wo ist er? Irgendwie ist er mir abhandengekommen, irgendwie in meiner Situation. Ich sehe kein Licht mehr, ich sehe kein Ende mehr, ich weiß nicht mehr, woher kommt mir Hilfe, woher kommt mir Heilung. Irgendwie ist er mir abhandengekommen, sie haben ihn weggetragen. Wer auch immer. Irgendwas, vielleicht habe ich gesündigt, haben andere gesündigt, was auch immer, egal, aber irgendwie. Er ist mir abhandengekommen. Weißt du, das Interessante ist, sie spricht mit Jesus, aber hat es gar nicht gemerkt. Und dann heißt es, Jesus spricht zu ihr. Maria. Jesus spricht zu dir heute Morgen. Trier. Rosmarin. Daniela. Er spricht zu ihr und in dem Moment, wo er ihren Namen sagt, in dem Moment, erkennt sie ihn. Und sie wendet sich um und spricht zu ihm auf Hebräisch Rabbuni. Das heißt Lehrer. Jesus spricht zu ihr, röhre mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zum Vater. Weißt du, die Wahrheit ist die, manchmal suchen wir Jesus irgendwo, manchmal suchen wir Hilfe irgendwo, wir strecken uns aus. Wir denken, oh, wenn wir das machen, wenn wir jenes machen. Manchmal verstricken wir uns auch in natürlichen Versuchen. Weißt du, vielleicht haben die Ärzte gesagt, ja, tu langsam, pass auf, pass einfach auf dich auf, tu dir was Gutes und so weiter. Und ja, das mag alles seine Berechtigung haben. Aber ich sage dir, die wirkliche Hilfe, die wirkliche Antwort ist er. Und in dem Moment, wo er deinen Namen sagt und wo du ihn erkennst und wo er da ist, ist alles da, was du brauchst. Amen. Halleluja. Preist ihn her. Lass uns unsere Augen schließen, weil Jesus ist da. Du dachtest vielleicht, er ist weit weg. Du dachtest, er hat dich vergessen, was auch immer. Aber weißt du, heute ruft er deinen Namen. Und er sagt, wie auch immer du heißt, weißt du, kannst deinen Namen einsetzen, Wolfgang oder Peter oder Andrea oder Ingrid oder wie auch immer. Er ruft deinen Namen. Und plötzlich siehst du, er ist da, er meint dich. Jesus, du bist hier. Und Herr, wo wir vielleicht noch einen Moment waren wie Maria, wo wir hier waren und wir haben gar nicht gemerkt, dass du da bist. Und wir dachten vielleicht noch, ja, das ist dieses, das ist jenes, ja. Du hast vielleicht den Pastor gesehen, einfach wie er predigt oder wie auch immer, hast du dazu seine Gedanken gemacht. Aber weißt du, es geht nicht um irgendeinen Pastor, es geht nicht um irgendeinen Prediger. Es geht nicht um irgendeinen Menschen. Sondern Jesus ruft deinen Namen heute Morgen und er sagt, ich bin da. Ich bin da und ich bin der Herr, dein Arzt. Und Jesus, so danke ich dir, Herr, dass du jeden Einzelnen heute Morgen hier in diesem Raum berührst, Herr. Berührst mit deiner heilenden Gegenwart, Herr. Danke, Herr, dass du zuallererst, Herr, dass du die zerbrochenen Herzen verbindest, Herr. Herr, dass du Seelen, Herr, die sich fern von dir gefühlt haben, Herr. Wie dieses Empfinden, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen, wo bist du? Herr, danke, dass du gerade jetzt ihnen zeigst, dass du da bist. Und dass du sie nicht vergessen hast. Ja, dass du auferstanden bist, dass du lebst und dass die Antwort da ist, in dem du da bist, ist die Antwort da, Herr. Danke, Herr, dass du diese seelischen Schmerzen gerade jetzt wegnimmst. Danke, Herr, dass du mit deiner heilenden Kraft gerade jetzt kommst, Herr. Da, wo Traumata waren, Herr, da, wo Dinge, die vielleicht bis tief in die Kindheit hinein gingen, Herr. So einen weisen Geist, wo wir dachten, unbewusst unsere Seele dachte, wir müssen uns irgendwie alleine durchs Leben schlagen. Da ist niemand, der uns hilft, da ist niemand, der für uns da ist, da ist niemand, der sich um uns kümmert, da ist niemand, der sich für uns interessiert. Danke, Jesus, dass du heute Morgen unseren Namen rufst, so wie du damals gesagt hast, Maria. Und in dem Moment wurden ihre Augen geöffnet und sie sah, Jesus ist da, mein Herr ist da, mein Meister ist da, mein Heiler ist da. Danke, Herr, dass du unser Heiler da bist, auch bei all denen über Livestream, die über Livestream zuschauen. Und danke, dass du da bist als ihr Heiler heute Morgen, Herr. Danke, Herr, dass du jedem einzelnen Begegnis, Herr, aus deiner Natur heraus, der du bist, ich bin der Herr, dein Arzt. Und so sagen wir jetzt auch im Namen Jesus heute Morgen, egal wie die Krankheit genannt sein mag hier auf der Erde, Herr. Wir sagen jetzt in dem Namen Jesu Christi, Geister von Krankheit. Hebt euch jetzt hinweg, verlasst diese kostbaren Menschen gerade jetzt, nicht in meiner Autorität und nicht in meinem Namen, sondern in dem Namen Jesu Christi von Nazareth. In dem Namen von Jesus, dem Heiler. In deinem Namen, Herr, weil du bist hier. Und ich sage jetzt in Jesu Namen, MS, weicht jetzt in Jesu Namen. Ich sage Diabetes, weicht jetzt, geht raus aus den Körpern. Ich sage jetzt Parkinson, verlässt jetzt die Menschen in dem Namen Jesu Christi. Ich sage jetzt in Jesu Namen, Hashimoto, verlässt jetzt die Menschen in dem Namen Jesus. Halleluja. Herzkrankheit in Jesu Namen, wie auch immer sie genannt sein mag. Herzschwäche, Herzrhythmusstörungen, Herzkranzgefäßverengung oder wie auch immer es genannt sein mag. In Jesu Namen, verlasse jetzt die Menschen. Halleluja. Du bist der Herr, unser Arzt. Danke, Herr, dass du da bist, Herr. Und dass du jetzt gerade diese Körper berührst, Herr. In Jesu Namen, ganz egal, wie diese Krankheiten heißen mögen. Ganz egal, wie die Organe heißen mögen, die krank sind, Herr. Herr Nieren, Herr Lebern, Herr Herzen, Herr Bauchspeicheldrüsen. In dem Namen Jesus, komm mit deinem Geist gerade jetzt. Komm mit deiner heilenden Kraft gerade jetzt. Oh, streck dich einfach aus zu ihm. Er ist da. Er ist da. Jesus ist da. Halleluja. Halleluja. Ganz egal, wie der Name deiner Krankheit sein mag. Vielleicht ist es ein Name, den sonst kaum jemand kennt. Irgendeine seltene Krankheit. Ja, ich glaube, dass Gott heute Morgen einige berührt, die mit seltenen Krankheiten, mit Namen, die ich wahrscheinlich gar nicht kenne. Aber Gott berührt dich. Er kennt dich mit Namen. Und das ist die Hauptsache. Und ganz egal, wie Ärzte diese Krankheit genannt haben mögen. In dem Namen Jesu Christi kommt jetzt diese heilende Kraft. Der Herr, dein Arzt, steht vor dir. Und er ergreift deine Hand. Einfach als ein Zeichen. Streck einfach mal eine Hand aus. Einfach als ein Zeichen, dass du die Hand von Jesus ergreifst. Halleluja. Und ich sage jetzt auch im Namen Jesus, Bluthochdruck normalisiert sich jetzt. In Jesu Christi Namen. Ich sage in dem Namen Jesus, gemäß deinem Wort. Du öffnest die Ohren der Tauben. Halleluja. Ich sage gerade jetzt, Schwerhörigkeit geht, Taubheit geht von diesen Ohren. Kreative Kraft kommt hinein in diese Ohren. Da, wo Trommelfälle zerstört waren. Da, wo Hörknochen degeneriert waren. In Jesu Namen. Da kommt jetzt diese heilende Kraft. Tinnitus, ich befehle dir, jetzt dieses Ohr zu verlassen. In dem Namen von Jesus. Halleluja. Halleluja. Ohren, seid frei und los. Jetzt in dem Namen Jesu Christi. Danke, Jesus. Danke, Jesus, für diese Begegnung mit dir. Danke, Jesus, Herr, dass du die blinden Augen öffnest, Herr. Du bist dasselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit. Haben sie das letzte Mal hier gehabt, das Zeugnis von der Frau, die plötzlich wieder ganz winzige Bibelstellen oder Bibeltexte lesen konnte. Ganz winzig geschrieben, was vorher nicht mehr ging. Halleluja. Wer hat letztens in der Schweiz, als jetzt vor zwei Wochen, als in der Schweiz war, ein Mann, der nur noch vier Prozent auf einem Ohr gehört hat, wo Gott sein Ohr geöffnet hat. Herr, du bist heute noch dasselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit. Du öffnest die Ohren der Tauben. Du öffnest die Augen der Blinden. Gerade jetzt. Du kannst doch deine Hand einfach auf die Stelle legen, die es vielleicht betrifft. Und gerade jetzt danke ich dir, Herr, dass du, der Herr, unser Arzt, jeden Einzelnen jetzt berührt, auch über Livestream. Halleluja. Wenn du noch jemanden kennst, der krank ist, dann sag ihn jetzt, sie sollen einschalten, weil da ist jetzt die heilende Kraft, die fließt. Ja, es ist nicht nur eine Kraft, sondern es ist der Heiler, der uns begegnet. Ich sage im Namen Jesus, auch Epilepsie weicht in Jesu Namen. Diese epileptischen Anfälle kommen nicht mehr wieder. Ich spreche der Heilung aus jetzt in dem Namen und in der Autorität Jesu Christi. Halleluja. 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 Lahme springen. Das hast du gesagt, Jesus, wenn du kommst, dann werden die Lahmen springen. Und so sage ich jetzt im Namen Jesu Christi, Herr, da wo Bewegungseinschränkungen waren, da wo Schmerzen waren, Herr, in Jesu Namen gehen jetzt diese Schmerzen raus. Diese Bewegungseinschränkungen gehen raus. Hüftgelenke kommen in die Ordnung Gottes, Herr, Herr Ellbogen, Schultergelenke kommen in die Ordnung Gottes, gerade jetzt in dem Namen Jesus, Herr, Kniegelenke, Wirbel, in der Wirbelsäule, jetzt in die Ordnung Gottes, in Jesu Christi Namen. Schmerzen gehen raus, in dem Namen Jesus, in dem Namen Jesus, in dem Namen Jesus, in dem Namen Jesus. Steh einfach mal auf, wenn du irgendwo Schmerzen oder Bewegungseinschränkungen in deinem Körper hattest, steh einfach mal auf, steh einfach mal auf, da wo du jetzt gerade bist. Weil Jesus berührt dich gerade jetzt, Halleluja, Halleluja. Oder wenn es irgendetwas anderes gibt, einfach wo Gott dich gerade jetzt einfach berührt, Halleluja. Dann steh einfach auf, steh einfach auf, wenn irgendwo Organe nicht in der Ordnung waren. Sie kommen jetzt in die Ordnung Gottes, wenn Ohren taub waren. Sie kommen jetzt in die Ordnung Gottes, wo Augen blind waren oder schwer, fehlsichtig waren. Sie kommen jetzt in die Ordnung Gottes, in dem Namen Jesus. Danke, Vater, für deine Kraft, Herr. Danke, Herr, du bist der Herr, unser Arzt und du begegnest uns gerade jetzt. In Jesu Namen, jede Autoimmunkrankheit auch. Ich sehe das gerade jetzt im Geist, jede Autoimmunkrankheit. Jetzt, ich schelte sie in dem Namen Jesus. Und ich sage, weiche, verlasse die Söhne und Töchter gerade jetzt in Jesu Namen. Halleluja, nicht mehr wieder Migräneanfälle hören auf, in dem Namen Jesus. Schluss damit, in Jesu Namen. Halleluja, nicht mehr wieder. Danke, Vater, danke, Vater, für deine heilende, wunderwirkende Kraft, Herr. Danke, Herr, dass Bewegungseinschränkungen jetzt gehen, Herr. Danke, Herr, dass Schmerzen jetzt gehen, Herr. Halleluja, danke, dass auch Spracheinschränkungen jetzt gehen, Herr. Halleluja, Halleluja. Danke, Jesus, danke, Jesus. Öffne einfach mal deinen Mund, wenn du Spracheinschränkungen hattest, öffne einfach mal deinen Mund. Und wir gehen einfach mal erst mal in Sprachen zu beten. Oder einfach das, was rauskommt, leg einfach mal los, auch du über Livestream. Ich glaube, dass heute Morgen Gott wirklich die Zunge der Stummen löst. Halleluja, Halleluja. Oder solche, die stotterten oder die schwer sprechen konnten oder einfach Schwierigkeiten hatten, Worte zu finden. In dem Namen Jesus auch. Demenz und Alzheimer muss weichen in dem Namen Jesus. Halleluja. Oh, fang an, im Geist zu beten. Oh, wir kommen zu dir, unserem Heiler Jesus. Oh, wir kehren um zu dir, Herr. Halleluja. Wir kehren unser Angesicht hin zu deinem Angesicht, Herr. Und Zeiten der Erquickung kommen von deinem Angesicht, Herr. Oh, und jetzt in dem Namen Jesus. Die Zunge der Stummen löst sich, Herr. Die Ohren der Tauben öffnen sich, Herr. Die Augen der Blinden öffnen sich, Herr. Und die Lahmen springen in dem Namen von Jesus. In dem Namen von Jesus. Und Herr, es ist jetzt der Kreative, Wunder frei hier in diesem Raum, Herr. Herr, Wunder der Auflösung, Herr. Herr, da wo Knoten waren, wo Tumore waren, wo Dinge waren im Körper, die da nicht reingehören. Ich setze jetzt wirklich diese Kraft der Auflösung frei hier im Raum. Danke, Herr, dass du unser Heiler bist, Herr. Und dass du berührst, gerade jetzt, gerade jetzt in Jesu Namen, in Jesu Namen. Geh einfach in deine Heilung hinein, gerade jetzt. Geh im Glauben da hinein. Wenn es irgendwas gab, was du vielleicht vorher nicht tun konntest, irgendwie eine Bewegungseinschränkung hattest, irgendwie einen Schmerz hattest. Beginne einfach, dich zu bewegen. Fühl dich einfach frei, hier im Raum rumzulaufen. Der Heiler ist hier. Wir sind im geschützten Rahmen. Jesus ist hier. Er begegnet dir. Weißt du, er hat zu der Frau mit dem verdorrtenen Hand, hat er gesagt, und zu dem Mann hat er gesagt, strecke deine Hand aus. Zu der Frau mit dem gekrümmten Rücken hat er gesagt, sei gerade. Und in dem Moment, wo die Person es getan hat, in dem Moment ist es passiert. In Jesu Namen. Magen, Darm wird geheilt. In Jesu Namen. Gerade jetzt. Die Schmerzen gehen jetzt. Halleluja. Ergreif es. Ergreif es gerade jetzt. In Jesu Namen. Tu etwas, was du vorher nicht tun konntest. Wenn du vorher deine Schulter nicht bewegen konntest, beginn einfach, deine Schulter zu bewegen. Wenn du vorher nicht stehen konntest, steh einfach mal. Geh einen ersten Schritt. Verstehst du? Einfach einen ersten Schritt. Halt dem Glauben Ausschau. Bei Jesus war es immer so, die Leute mussten ihre Heilung immer gleich aktivieren. Er hat gesagt, steh auf, nimm dein Bett und geh. Er hat nicht nur gesagt, sei geheilt, sondern er hat gesagt, steh auf, nimm dein Bett auf und geh. Halleluja. Er hat sie dazu herausgefordert, etwas zu tun im Glauben. Wenn du ein schwereriges Ohr hattest, dann schnipp mal an deinem Ohr und schau mal, ob es lauter geworden ist. Wenn du dich richtig sehen konntest, dann setz mal deine Brille ab oder vielleicht hast du auch gar keine, aber wie auch immer, dann schau einfach mal in die Weite oder in die Nähe oder ins Licht, wo du siehst, was mit den Punkten und was mit den Strichen ist, die vielleicht vorher da waren, weil du vielleicht grau und starr hattest oder was auch immer. Aber halte gerade jetzt Ausschau nach deiner Heilung. Halte gerade jetzt Ausschau nach deiner Heilung. Halleluja. Danke, Jesus. Du darfst dich auch frei im Raum bewegen. Fühl dich völlig frei. Wenn du vorher nicht richtig laufen konntest, weißt du, sag nicht, ja, ich kann jetzt gerade nicht laufen, das muss ich zu Hause testen. Nein, du kannst jetzt alles testen. Du kannst jetzt rennen, du kannst hier im Raum herumrennen, du kannst die Treppen hier im Haus hoch und runter laufen, du kannst alles tun, du kannst einen Purzelbaum schlagen, du kannst Kniebeugen machen. Alles, was du vorher nicht tun konntest oder Liegestützen, alles, was du vorher nicht tun konntest, kannst du jetzt machen. Halleluja. Also check es, check es, weil der Heiler ist hier. Der Heiler ist hier. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Herr. Danke, Herr. Halleluja. Halleluja. Wer von denen, wo du wirklich etwas testen kannst, wo du etwas checken kannst, wer merkt, dass Schmerzen gegangen sind oder Bewegungseinschränkungen gerade jetzt gegangen sind, bei dir, ja, bei dir auch. Wo noch? Streck einfach deine Hand aus, sodass ich sehen kann, ja, wenn Schmerzen oder Bewegungseinschränkungen jetzt gegangen sind, ich sehe die Hände, ist noch jemand? Ist noch jemand? Halleluja. Ja, geben wir mal Jesus die Ehre für das, was er getan hat. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Was ist bei dir passiert gerade? Aha. Okay, dein Sprechen hat sich gelöst. Wie hast du das gemerkt? Was war das Problem? Also ich glaube, ich bin halt heute gekommen, um genau das zu empfangen. Das ist schon von klein auf. Ja. Und ich bin gekommen, irgendwie mit einer Erwartung. Das Stottern ist von klein auf. Genau, und jetzt ist es, glaube ich, weg. Halleluja. Preist den Herrn, ich höre auch nichts mehr. Danke, Jesus. Sag mir einfach mal ganz schnell nach. Fischer's Fritz, Fisch, Fische, Fische. Fischer's Fritz, Fisch, Fische, Fische. Okay, das war so gut wie ich. Halleluja. Danke, Jesus. Geben wir ihm die Ehre. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Du schreibst mir einfach noch eine E-Mail einfach. Du checkst es auch in verschiedenen Situationen und dann schreibst mir einfach eine E-Mail, was passiert ist von deiner Freisetzung. Halleluja. Wer hat jetzt gerade noch was erlebt, wo du gemerkt hast, ja, bei dir, was ist bei dir passiert? Ich habe die ganze letzte Zeit daheim nicht laufen können. Noch nicht doll in der Wohnung. Okay. Und jetzt? Und deswegen bin ich heute Morgen daherkommen. Und was ist jetzt passiert? Und jetzt kann ich laufen. Okay, dann lauf mal ein bisschen. Komm. Halleluja. Danke, Jesus. Wow. Das ging wie lang nicht mehr? Mindestens drei oder vier Wochen. Okay. Das heißt, du konntest nicht mal in deiner Wohnung mehr leben? Nicht mal in deiner Wohnung. Hattest du einen Rollstuhl dann oder was? Oder Rollator? Abgeschnitzt von da, abgeschnitzt an den Mebel, überall abgeschnitzt. Okay. Und jetzt hast du plötzlich gemerkt, hast du irgendeine Kraft gespürt oder irgendwas? Ja. Ja. Ich denke mal, ich möchte es anfangen. Jetzt kannst du mich, schon als du in den Gottesdienst kamst, hat es begonnen. Da hat es schon angefangen. Da hat es schon angefangen. Lauf noch mal ein bisschen. Komm, lauf mal auf die Kamera zu. Halleluja. Danke, Jesus. Amen. Komm wieder zurück. Komm wieder zurück. Halleluja. Reis den Herrn. Also für jemanden, der keinen Meter mehr laufen konnte, laufst du erstaunlich gut. Ja. Das ist schon fast masskalb verdächtig. Halleluja. Danke, Jesus. Der Rina hat am Freitag noch für mich gebetet. Am Telefon? Am Telefon. Ah, okay. Hat jemand für dich gebetet? Ja, für mich gebetet. Reis den Herrn. Und als er fertig war, habe ich gemerkt, dass es ein bisschen besser wird. Okay. Habe ich zurückgebracht, wenn es am Sonntag geht, dann komme ich da her und jetzt geht es und jetzt bin ich hergekommen. Halleluja. Und Gott hat dich geheilt. Danke, Jesus. Spring weiter. Halleluja. Gott ist gut. Amen. Halleluja. 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 Jetzt pass auf. Wir wollen heute Morgen noch etwas machen. Deswegen kürze ich das ein bisschen ab mit den Zeugnissen. Wir wollen heute Morgen nämlich noch etwas machen. Es wird noch mehr Zeugnisse geben. Wir wollen noch etwas machen, weil Jesus ist unser Heiler. Aber er hat sich festgelegt, durch uns zu wirken. Amen. Durch jeden von uns. Jeder von uns, der Jesus in seinem Herzen hat, ist ein potenzieller Heiler. Jesus hat gesagt, diejenigen, die an mich glauben, sie werden die Dinge tun, die ich getan habe und noch größere darüber hinaus. Amen. Und deswegen möchte ich heute Morgen in aller Kürze, fünf Minuten, wir machen das bei uns in der Glory Life Schule, machen wir das ausführlich, demnächst auch wieder, gebe ich dir einen fünfminütigen Heilungsworkshop. Okay. Fünf Minuten Heilungsworkshop. Amen. Und dann wird der Herr, der Heiler, Jesus der Heiler, durch jeden von uns wirken und dann werden noch mehr Wunder passieren gleich jetzt. Bist du da bereit? Halleluja. Ganz kurz, in aller Kürze, es gibt im Wesentlichen drei Gaben, die Gott gebraucht beim Heilen der Kranken. Jesus hat ja gesagt, diejenigen, die glauben, ihnen werden diese Zeichen folgen. Kranken werden sie die Hände auflegen und sie werden gesund werden. Amen. Diejenigen, die glauben. Die erste Gabe, von der auch in 1. Korinther 12, Vers 9 die Rede ist, ist die Gabe des Glaubens. Was ist die Gabe des Glaubens? Die Gabe des Glaubens ist ganz schlicht und einfach, eine Entschiedenheit, nichts anderes zu akzeptieren, als das passiert, was du sprichst. Amen. Beispiel für Gabe des Glaubens ist, Paulus, der zu der Magd mit dem Wahrsagegeist gesprochen hat. Kennst du die Geschichte? Die hat ihn genervt mit ihrem Dämon, der zwar die Wahrheit gesagt hat, aber es war trotzdem ein Dämon und die ist immer hinter ihm hergelaufen. Es hat ihn genervt. Die Frau wollte nicht frei werden. Ihre Herren wollten auch nicht, dass sie frei werden. Aber Paulus, in Paulus stand es auf und er hat sie umgedreht und hat sie angesprochen und hat gesagt, im Namen Jesu Christi, du unreiner Geist, fahr aus aus ihr. Und in dem Moment hat er nichts anderes akzeptiert, als dass dieser Geist ausfährt. Und deswegen musste er ausfahren, sogar obwohl die Frau es gar nicht wollte. Das ist die Gabe des Glaubens. Amen. Und heute Morgen möchte ich in dir die Gabe des Glaubens aktivieren. Wir werden heute Gebete sprechen, füreinander, wir werden füreinander beten und Heilung freisetzen und wir werden mit dieser Überzeugung sprechen, dass wenn du sprichst, weißt du, Jesus hat nie gesagt, betet für die Kranken. Das hat er nie gesagt. Er hat immer gesagt, heilt die Kranken. Was heißt das? Wenn du Kranke heilst, dann erwartest du, dass sie gesund sind. Ich meine, wer der sagt, ich heile dich, sagt dann hinterher, ja, mal schauen, ob es dann, ob es geworden ist. Verstehst du? Das ist meine, die Haltung von vielen Christen beim Gebet ist, okay, jetzt bete ich und dann bete ich alles, was mir so einfällt und dann gucke ich mal, ist es jetzt passiert oder ist es nicht passiert? Ah, ist es passiert? Ah, leider nicht. Okay, tut mir leid, lass noch mal jemand anderes für dich beten. Nein, so beten wir nicht. Amen. Sondern wir sprechen mit der Entschiedenheit, wir sprechen mit dem Blick, dass wir nichts anderes akzeptieren und erwarten, als das passiert, was wir sagen. Das heißt, du schaust, wenn du jemanden anschaust und du sagst, wow, der hat jetzt zum Beispiel Schmerzen im Fuß, weil Beispiel Fersensporn, ist jemand hier gerade, der Fersensporn hat irgendwo so im Fuß, also irgendwie so Schmerzen an der Fußsohle, ist da gerade jemand? Du, aha, interessant, siehst du, weil das habe ich jetzt gerade, während ich hier stehe, das ist meistens kein Zufall. Na, steh mal auf, Halleluja. Also, dann sagen wir, also im Rechten oder was? Ja. Ja, okay. Also Schmerzen da an dem Fuß? Ja, Jetzt geht's gerade, schade. Das ist schon passiert, dann kann man so schlecht demonstrieren, aber weißt du, wenn du, es wird nicht mehr kommen, es ist schon weg, ah, schade. Herr, du bist immer so schnell, okay, aber ich demonstriere es trotzdem nochmal, weißt du, wie kannst du beten? Du kannst sagen, okay, Herr, jetzt bete ich, dass dieser Schmerz weggeht und dass sie befreit wird von diesem Schmerz und so weiter und dann sage ich, ja, jetzt guck mal, ist der Schmerz noch da? Und dann sucht man den Schmerz so und sagt, ah ja, ganz bisschen ist noch da und wer will den suchen, wird er wieder stärker und dann ist er plötzlich wieder da. Das ist das Gegenteil von Glauben. Glauben ist, im Namen Jesus, Schmerz raus, jetzt und für immer und nichts anderes und du akzeptierst nichts anderes und dann sagst du, so, ist der Schmerz weg? Ja. Amen. Halleluja. Verstehst du? Du kannst so und so fragen, du kannst sagen, ist der Schmerz weg? Oder du kannst sagen, ist der Schmerz weg? Ja. Verstehst du? Wenn du mir sagst, ist der Schmerz weg, dann erwartest du nichts anderes, als dass er weg ist. Und so sollten wir füreinander beten und so sollten wir auch unsere Heilung empfangen. Amen. Darfst du dich wieder hinsetzen, der Schmerz ist ja weg. Halleluja. Preis den Herrn. Amen. Gott hat sich schon geheilt während dem Gottesdienst. Halleluja. Preis den Herrn. Halleluja. Aber verstehst du? So beten wir im Glauben. Zweite Gabe, Moment, ich mache meinen Heilungsworkshop noch kurz zu Ende, dann werdet alle geheilt. Halleluja. Preis den Herrn. Zweite Gabe ist Heilungsgabe. Heilungsgabe ist ganz einfach. Heilungsgabe ist der Strom, der durch deine Hand fließt, wenn du das tust, was Jesus sagt. Diejenigen, die glauben, sie werden den Kranken die Hände auflegen und sie werden gesund werden. Einfach, oh, jetzt kommt der Strom. Das ist der Strom, das ist der Strom, der Strom, der Strom. Also ich mache gar nichts weiter, sondern ich lasse einfach nur den Strom rein. Halleluja. Es ist ziemlich einfach. Heilung ist ziemlich einfach. Einfach das tun, was das Wort Gottes sagt, was die Bibel sagt. Hände auflegen und Strom rein. Jesus. Das ist der Strom. Das ist die Heilungskraft. Du kannst in Heilung operieren. Jesus hat gesagt, diejenigen, die glauben, ihnen werden diese Zeichen folgen. Also er hat nicht gesagt, diejenigen, die ein spezielles Seminar besucht haben oder die auf der Bibelschule waren, sondern er hat gesagt, diejenigen, die glauben. Du kannst erwarten, dass wenn du Hände auflegst, dass der Strom Gottes durch dich durchfließt. Dritte Gabe, ich mache ganz schnell, wie gesagt, kommt in die Glory Life Schule zu uns. Wenn du noch nicht in der Glory Life Schule bist, ich werde jetzt im Mai, werde ich noch beginnen mit dem Heilungsworkshop, ausführlicher. Also wenn du noch nicht in der Glory Life Schule bist, komm da hin, da kriegst du es ausführlich. Jetzt in fünf Minuten schnell durchlaufen. Aber da gibt es natürlich noch viel mehr zu sagen. Drittes ist Gabe der Wunderwirkung. Das ist die dritte Gabe im Zusammenhang mit Heilung. Kraftbetätigungen, die Wunder hervorbringen, ist die wörtliche Übersetzung. 1. Korinther 12, Vers 9. Kraftbetätigungen, die Wunder hervorbringen. Das heißt, du betätigst etwas, während du jemandem dienst. Du hast gerade gesehen, bei Heilung ist einfach nur Hand auflegen, Strom fließen lassen, nichts weiter tun, einfach Strom fließen lassen. Wunderwirkung ist, Kraftbetätigungen, die Wunder hervorbringen. Das heißt, du lässt dich vom Heiligen Geist führen und du sagst, Herr, was soll ich tun? Wie soll ich vorgehen? Jemand sagt dir zum Beispiel, ich habe totale Probleme mit der Lendenwirbelsäule, habe da totale Schmerzen. Dann fragst du den Heiligen Geist, wie soll ich vorgehen? Ist hier irgendwie jemand im Lendenwirbelsäule da mit Problemen hier so in dem unteren Rückenbereich bei dir? Okay, pass auf, dann komm kurz her. Dann zeige ich mal den Leuten, was ich da zum Beispiel jetzt machen würde. Halleluja. Bring mal schnell zwei Stühle her. Zwei Stühle gegenüber. Ich kann nur für eine beten. Ich kann nur für eine beten. Die anderen kommen ja gleich. Halleluja. Die anderen kommen ja gleich, weil wir machen es gleich füreinander. Genau. Okay. Du darfst dich einfach in den Stuhl da nach hinten setzen. Einfach richtig rein in den Stuhl. So. Jetzt, du kannst jetzt einfach sagen, okay, Lendenwirbelsäule, ja gut. Mit der Heilungsgabe kann ich einfach meine Hand da drauflegen und einfach sagen, Heilung rein. Oh ja, okay, geht schon los. Ist schnell wieder weg. Halleluja. Okay, weil es geht jetzt um Wunderwirkung, ja, dann fließt das Strom einfach durch den Körper durch, ja, und er kann ja auch die Lendenwirbelsäule erreichen. Aber manchmal ist es wichtig, einfach, du musst einfach auf den Heiligen Geist hören, manchmal ist es wichtig, einfach, dass du etwas betätigst. Das heißt, dass du etwas aktivierst. Kraftbetätigungen, die Wunder hervorbringen. Wenn jetzt zum Beispiel jemand ein Problem mit der Lendenwirbelsäule hat, das gleiche übrigens auch, wenn er ein Problem zum Beispiel im Steißbein hat oder auch unter Umständen mit den Beinen, da Schmerzen hat, irgendwas strahlt aus in die Beine oder es kann sogar auch wirksam sein, wenn jemand ein Problem mit dem Unterleib hat oder so, auch da würde ich folgendes einfach machen. Ich sage einfach zu der Person, rutsch mal ganz nach hinten in den Stuhl rein, so bist du eh schon, ja, und dann gib mir mal einfach deine beiden Beine, ja, so, und dann mache ich, ah ja, du sitzt genau richtig, super, das ist optimal, danke Jesus. Da könnt ihr nämlich sehen, wenn ihr jetzt hier in der Nähe seid, dann könnt ihr sehen, dass die Beine etwas unterschiedlich lang sind, ja, könnt ihr sehen, so ein Zentimeter Unterschied. Genau kannst du sehen, hier, wenn du, wenn du hier den Finger drauflegst, ja, und zusammengehst, ja, dann siehst du ja, es ist ein knapper Zentimeter, ist der Unterschied. Das heißt, das heißt nicht unbedingt, dass die Beine, dass die Beine unterschiedlich lang sind, sondern das heißt einfach, dass auch was verschoben ist am Becken oder Lendenwirbelsäule, auch wenn jemand Becken, Hüftprobleme hat, könnte es sein, ja, also, was mache ich, dann sage ich einfach, okay, gib deine Beine nochmal her und sage jetzt in dem Namen Jesu Christi und durch die Kraft des Heiligen Geistes befehle ich jetzt diese Lendenwirbel in die Ordnung, guck mal, siehst du, was hier passiert, siehst du, Gott zieht das eine Beine zurück, machst du das? Nein, sie macht es nicht, verstehst du? Dehnung, in Jesu Namen, du musst einfach Gott machen lassen, dass die Kraftbetätigung die Wunde hervorbringt, also ich mache was und Gott macht seins. Neulich habe ich für meine, oder für Irinas Tante gebetet, die gar nicht an Jesus Gläubig ist, aber sie hat gesehen im Internet, dass bei uns Leute gesund werden und sie hat gesagt, ich habe totale Hüftprobleme, bet für mich und ich habe ihr die Hände auf die Hüfte gelegt und sofort hat die Hüfte begonnen zu rotieren und ich habe sie gefragt, machst du das? Hat sie gesagt, nee, ich mache das nicht, habe ich gesagt, ja, ich mache es auch nicht, hat sie gesagt, ja, das merke ich, habe ich gesagt, ja, wer macht es dann? Na, muss Gott sein. Amen. Und dann am nächsten Tag, Halleluja, ja, am nächsten Tag hat Irina eine WhatsApp geschrieben und hat gesagt, zum ersten Mal, sie spielt immer Tennis, zum ersten Mal seit langem hat sie wieder ohne Schmerzen Tennis gespielt. Breist den Herrn, Halleluja. Und jetzt, und jetzt liest sie gerade mein erstes Buch, Halleluja, Breist den Herrn, danke Jesus. Guck mal, Gott ist hier immer noch am, weißt du, bei der, das ist verrückt, bei der Kraftbetätigung, die Wunder hervorbringen, ist immer wichtig, du bleibst einfach so lang, ich ziehe ja nicht, ich mache gar nichts, verstehst, sie macht auch nichts, sondern Gott ist da einfach am hin und her schieben. Und bei der Kraftbetätigung, die Wunder hervorbringen, ist einfach so, du lässt einfach Gott so lang wirken, bis er fertig ist. Okay? Und in dem Fall ist es ganz einfach, du merkst ganz einfach, wann er fertig ist, nämlich dann, wenn die Beine auf der gleichen Länge sind und zur Ruhe gekommen sind. Dann merkst du es. Ja, das passiert jetzt gerade. Ja, nee, es geht nochmal in die andere Richtung. Ja, da muss man manchmal Geduld haben. Halleluja. Also bei der Hüfte zum Beispiel würde ich einfach die Hände auf beide Hüften legen, so wie bei meiner Tante. Bei der Halswirbelsäule würde ich die Hände auf die Halswirbelsäule legen. Bei der Brustwirbelsäule würde ich die Arme auswachsen lassen. So gibt es einfach verschiedene Dinge, die du tun kannst, wie du einfach Wunder initiieren kannst. Bei Skoliose lasse ich manchmal die Leute sich einfach auf den Rücken legen und setze dann einfach Begradigung frei oder ich gehe mit der Laserpower Gottes drauf, was auch immer. Guck mal, jetzt ist es ziemlich ruhig. Sagst du, was die Laserpower Gottes? Das ist einfach mit der Hand, einfach die gerade Wirbelsäule nachzeichnen. Halleluja. Danke, Jesus. Jetzt ist es ruhig, ist gut. Guck mal, und jetzt passt. Siehst du es? Jetzt ist es genau. Halleluja. Jetzt ist es gerade. Jetzt stehen wir auf. Halleluja. Wie fühlt sich das jetzt an? Frei. Amen. Preis den Herrn. Halleluja. Danke, Jesus. Amen. Gott hat eine Wirbelsäule geheilt. Halleluja. Kraftbetätigung, die Wunder hervorbringen. Wenn jemand taube Ohren hat, Jesus, was hat Jesus gemacht? Er hat die Finger in die Ohren gesteckt teilweise. Ich meine, bei der Zunge des Stummen, da bin ich immer ein bisschen vorsichtig, mit dem Spucken auf die Zunge, das habe ich jetzt noch nie gemacht. Insbesondere in Zeiten von Corona vielleicht nicht unbedingt zu empfehlen, sonst kriegst du noch eine Anzeige. Also, der Heilige Geist hat auch Weisheit, verstehst du? Er geht auch immer auf die Vorstellungen der Leute ein Stück weit ein. Aber weißt du, Gott führt dich. Amen. Kreative Wunder. Das habe ich auch schon öfters demonstriert, hier neue Fußgewölbe zum Beispiel. Jemand hat Blattfüße. Was mache ich? Ich nehme dir den Fuß in die Hand, fahre einfach mit der Hand dem Fußgewölbe nach und erwarte, dass während ich dem Fußgewölbe nachfahre, dass sich einfach dieses neue Fußgewölbe bildet. Dass anstatt einem platten Fußgewölbe nachher einfach ein neues Fußgewölbe da ist. Verstehst du? Du hältst Ausschau und du erwartest nichts anderes, als dass es passiert. Amen. Okay. Ende des Workshops. Wie viele von euch sind bereit, zu aktivieren? Halleluja. Pass auf. Wer ist alles hier? Und du bist heute Morgen hierher gekommen, um ein Wunder, eine Heilung, eine Befreiung im Körper, jetzt nur im Körperlichen, zu erleben. Steh einfach mal auf. Steh einfach mal auf. Alle, die dafür hergekommen sind. Okay. Gut. So. Und jetzt? Okay. Ja, das kommt ziemlich gut hin. Weil jetzt machen wir es so. Die andere Hälfte der Leute, ihr seid jetzt die, die Kraft betätigen, um Wunder hervorzubringen. Ihr seid die, die die Heilungskraft fließen lassen. Ihr seid die, die im Glauben nach der Heilung Ausschau halten. Das heißt, ich möchte euch einfach darum bitten, alle, die jetzt sitzen, schaut euch einfach mal um, wo jemand in eurer Nähe steht, der ein Wunder braucht. Ihr, die jetzt steht, streckt nochmal zusätzlich eure Hand aus, weil die anderen stehen jetzt auch auf und damit sie dann sehen können, welche diejenigen sind, die einfach Heilung brauchen, streckt deine Hand aus. Sobald jemand bei dir steht, kannst du die Hand wieder runternehmen, weil dann sieht man, okay, jemand ist bei dir. Möglichst nicht Ehepaare oder so, sondern einfach jemand stellt sich hin. Die Ordner gehen durch und desinfizieren ein bisschen die Hände nebenher. Ja, und ansonsten einfach, du gehst jemand hin. Hier sind noch einige Hände, wo noch jemand jemand braucht. Schaut euch einfach mal um. Ihr, die ja noch sitzt und noch für niemand betet, beziehungsweise noch bei niemandem steht. Schaut einfach, haltet Ausschau. Geht zu jemandem hin, der seine Hand gehoben hat. Genau, streckt nochmal eure Hand aus. Wer braucht noch jemand? Eins, zwei, drei, vier sind noch da. Ihr Lieben, ihr Anderen, da sind noch einige, die noch bei niemandem stehen. Noch nicht anfangen mit Beten. Noch nichts machen, bitte. Noch nichts machen. Noch nichts machen. Ich aktiviere das gleich. Aber wir wollen erst sicherstellen, dass jeder jemand hat. Wo sind noch Leute? Fatimek, kannst du noch für jemanden beten? Ja, super. Da zum Beispiel der Fritz braucht noch Gebet. Ja, genau, ja, genau, gehst zum Fritz. Okay, da braucht noch jemand jemand? Wer, wer hat noch niemand? Okay, dann geht ihr zwei einfach zusammen. Dann geht ihr zwei zusammen, dann könnt ihr füreinander im Wechsel beten. Ja, und du brauchst auch noch jemand? Okay, geht ihr zwei, Tabea und du, geht ihr zusammen und du gehst noch zu jemand anders? Du gehst noch zu jemand anders. Du gehst noch zu jemand anders. Wer hat noch niemanden, bei dem er jetzt steht? Eine Person brauchen wir noch. Pass auf, dann komm du einfach zu mir. Dann mache ich das bei dir. Okay, komm du zu mir. So, jetzt machen wir folgendes. Genau, sucht euch einfach eine Stelle, wo ihr Platz habt und jetzt macht folgendes. Jetzt fragt einfach die Person, wo erwartest du heute, dass Jesus, der Heiler, dir begegnet und dich heilt? Also, nicht nur seelisch, sondern körperlich. Wo erwartest du, dass Jesus, der Heiler, dir heute begegnet? Lendenwirbelsäule. Okay, und Hüfte. Alles klar. So, okay. Du hast die Person gefragt, sie hat dir geantwortet. Du brauchst keine lange Krankengeschichte, du brauchst keine lange, was auch immer, sondern einfach Halswirbelsäule, Brustwirbelsäule, Niere, Tumor, was auch immer es ist. Einfach, das kann man in aller Kürze sagen. Und jetzt, pass auf, jetzt machen wir folgendes. Hör gut zu. Jetzt machen wir folgendes. Wir beginnen in Sprachen zu beten. Genau, die Ordner gehen ein bisschen durch und desinfizieren nebenher. Wir beginnen in Sprachen zu beten. Wir können es auch noch ein bisschen geben. Wir beginnen in Sprachen zu beten und ich werde dann von vorne hier zuerst auf Deutsch auch beginnen zu beten und einfach die Heilungs- und Wunderkraft im Raum freisetzen. Die Gabe des Glaubens, die Gabe der Heilung, die Gabe der Wunderwirkung. Dann betest du noch mal in Sprachen und dann lässt du dich vom Heiligen Geist leiten. Was du tun sollst. Sollst du einfach die Hand auflegen und sagen, okay, Heilungskraft fließt. Das empfehle ich dir dann, wenn du spürst, dass der Strom Gottes fließt. Wenn du spürst, okay, der Strom Gottes fließt, dann legst du einfach die Hand auf, lässt die Heilungskraft reinfließen. Wenn du nichts speziell spürst, dann frag den Heiligen Geist und sag, Heiliger Geist, was soll ich tun? Was soll ich vielleicht betätigen? Was soll ich aktivieren? Bei ihr ist jetzt zum Beispiel so das Klassische mit der Hüfte. Da werde ich sie jetzt zum Beispiel fragen und sagen, darf ich meine beiden Hände, dass du dich einfach locker machst, darf ich meine beiden Hände auf die Hüfte so legen? Das werde ich fragen und dann werde ich reinsprechen und werde befehlen, dass die Hüfte rotiert, bis sie an den Platz Gottes gekommen ist. Bis die Beckenknochen, Hüftknochen an den Platz Gottes gekommen sind. Und dann werde ich so lange warten, bis das fertig ist. Und wenn es fertig ist, dann werden wir checken, was mit dem Schmerz ist beziehungsweise werden erwarten, dass der Schmerz weg ist. Amen. Das heißt, wichtig ist am Schluss, wenn du es aktiviert hast, wenn du die Kraft betätigt hast, so wie Gott es dir gezeigt hat. Am Ende halte Ausschau nach der Heilung. Erwarte nichts anderes als die Heilung. Amen. Das ist Glaube. Lass nichts anderes zu, als dass Heilung hervorkommt. Okay. Das heißt, am Schluss möchte ich, dass jeder, bei dem es irgendwie geht, das aktiviert. Ja, Schmerzen, einfach schauen, ist der Schmerz weg, reingehen in die Heilung, Bewegungseinschränkung, etwas bewegen, was vorher nicht ging. Manche Sachen kann man nicht sofort testen, das ist auch klar, aber dann ergreif es im Glauben, hüpfe einfach ein bisschen, spring, sag danke Jesus für dein Wunder und erwarte, dass der Arzt es dir bestätigt. Okay. Einfach im Glauben. Jetzt geht es los. Wir fangen an, in Sprachen zu beten. Halleluja. Einfach alle in Sprachen. Halleluja. Halleluja. bete in Sprachen, bete in Sprachen. Jesus, ich danke dir, dass du der Heiler hier bist heute Morgen, Herr. Und du, Jesus, hast uns diesen Auftrag weitergegeben, Herr. Du hast gesagt, heilt die Kranken, weckt Tote auf, treibt Dämonen aus, reinigt Aussätzige, umsonst habt ihr es Empfang, umsonst geht es weiter. Diejenigen, die glauben, sie werden krank, die Hände auflegen und sie werden gesund werden. Und so sage ich jetzt, in dem Namen Jesu Christi, überall hier im Raum, in deinem Namen, als Leiter dieses Gottesdienstes, setze ich jetzt, die Gaben der Wunderwirkung, die Gaben der Heilung, die Gaben des Glaubens, frei hier in unserer Mitte, in dem Namen von Jesus. Und ich danke dir, Heiliger Geist, dass du jetzt übernimmst, zur Heilung und zur Wunderwirkung, im Geist des Glaubens, in Jesu Christi Namen. Halleluja. Bet in Sprachen, bet in Sprachen und dann lass dich vom Heiligen Geist führen. Frag den Heiligen Geist, was du tun sollst. Manchmal musst du vielleicht auch sogar ein paar Sachen tun. Beine auswachsen, nochmal für die Hüfte beten, wie auch immer, für die Halswirbelsäule, Finger in die Ohren stecken, keine Ahnung was, aber lass dich einfach führen und leiten. Auch du über Livestream kannst übrigens mitmachen, wenn du jemanden Krankes in deiner Nähe hast. Aktiviere einfach jetzt die wunderwirkende Kraft, in Jesu Namen, in Jesu Namen. Halleluja. 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 Danke, Jesus. Halleluja. Freist den Herrn. Halleluja. Freist den Herrn, ihr müsstet fertig sein mit dem Gebet. Jetzt lasst die Person es testen. Jetzt lasst die Person etwas tun, was sie vorher nicht tun konnte. Halleluja. Jetzt aktiviere einfach, halte Ausschau nach deiner Heilung. Jetzt geht es nicht darum, zu gucken, ob es weg ist, sondern jetzt geht es darum, Ausschau zu halten nach der Heilung. Etwas zu tun, was vorher nicht ging. Etwas zu machen, was vorher nicht ging. Wenn es ein Knoten war, der sich auflösen soll, den man tasten kann, dann taste einfach nochmal. Wenn es irgendwas gibt am Ohr, dann schnipp am Ohr. Wenn es was war mit den Augen, dann halt einfach Ausschau jetzt, lies auf die Nähe, lies auf die Ferne. Einfach jetzt ist die Zeit der Aktivierung. Jetzt ist die Zeit, etwas zu tun, was vorher nicht ging. Jetzt ist die Zeit, du kannst auch, wenn du nachschauen musst, ob irgendwas passiert ist auf dem Klo, dann kannst du auch kurz aufs Klo gehen und dort nachschauen. Wie auch immer. Halleluja. Danke, Jesus, für deine heilende Kraft. Bei dir ist alles gut? Halleluja. Freist den Herrn darfst gleich erzählen, was passiert ist. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Halleluja. Freist den Herrn. Und wir wollen einfach wirklich Jesus die Ehre geben für all die Heilungen, weil ich weiß, dass überall im Raum jetzt Heilungen und Wunder passieren. Wink einfach mal mit deiner Hand, wenn du eine Veränderung spürst, die Person, für die gebetet wurde, dann beginn einfach mit der Hand zu wirken. Wenn jetzt gebetet wurde für dich und du merkst, dass eine Veränderung da ist, dass sich etwas getan hat, dann beginn einfach mit der Hand zu winken. Lass mir einfach die Hände sehen. Einfach jetzt beginn mit der Hand zu winken, wenn du merkst, hat sich etwas getan. Ja, hier ist was schon passiert. Da hinten, Halleluja. Da auch, preist den Herrn. Da auch, Halleluja. Danke, Jesus. So wunderbar. Hier auch, Halleluja. Danke, Jesus. Hier auch. Danke, Jesus. An vielen Stellen schon. Ja, ihr könnt es noch weiter testen. Ihr könnt es noch weiter machen. Halleluja. Alle die, die gemerkt haben, dass sich etwas bei Ihnen verändert hat, einfach ganz schnell, komm hier zu mir nach vorne. Wir wollen einfach hören, was Gott getan hat. Wir wollen einfach die Zeugnisse hören, was Gott getan hat. Ihr dürft weiter testen. Aber wenn du merkst, bei dir hat sich etwas getan. Du darfst erzählen und du darfst auch erzählen. Aber jeder, der merkt, bei ihm hat sich etwas getan jetzt, gerade du darfst nach vorne kommen und einfach erzählen, was passiert ist. Weil das ist tatsächlich wichtig, dass wir auch erzählen, was Gott getan hat, um ihm die Ehre zu geben. Halleluja. In dem Moment wird ein Wunder versiegelt. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Geben wir mal Jesus die Ehre für all die Wunder. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Wer hat jetzt noch ein Wunder erlebt? Wer hat erlebt, dass sich etwas bei ihm verändert hat? Ich bin einfach nochmal mit der Hand. Bei dir, Halleluja. Komm einfach schnell nach vorne. Erzähl bei dir auch. Komm einfach schnell nach vorne. Erzähl, was passiert ist. Halleluja. Wir wollen einfach die Zeugnisse hören. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Gott ist gut. Gott ist gut. Einige sind noch am Beten, aber wir erzählen schon mal so lang. Was ist bei dir passiert gerade jetzt? Ich hatte Schmerzen in der Hüfte und hinten im Kreuz und im Bein. Ja. Wie lange hattest du das? Also heute Morgen bin ich aufgestanden. Du bist aufgestanden mit diesen Schmerzen. Ich habe schon öfters die Probleme gehabt. Du hattest es schon öfters gehabt. Genau. Okay. Und jetzt? Und dann hast du die Beten, dann machst du direkt weg. Und jetzt ist es weg. Halleluja. Die ganzen Schmerzen und Bewegungseinschränkungen weg. Ja. Danke, Jesus. Geben wir ihm die Ehre. Halleluja. Preis den Herrn. Sei gesegnet. Halleluja. Was ist bei dir passiert? Mein Arzt hat gestern gesagt, oder am Freitag war es, ich hätte einen zu hohen Blutdruck. Zu hoher Blutdruck. Zu hoher Blutdruck. Und heute Morgen kam, ich wusste ja, als Heilungsgottesdienst, ich dachte, ich gehe mit normalem Blutdruck raus und hatte heute Morgen so einen Druck auf dem Kopf. Durch den hohen Blutdruck. Durch den hohen Blutdruck. Genau. Und Dieter hat gebetet, für Befreiung gebetet. Er hat dann sofort den Schwarzen getroffen, was das Problem ist. Ja. Und ich habe Befreiung erlebt, das war plötzlich von oben, vom Kopf ab bis runter in die Fingerspitzen. War dann so wie so eine Leichtigkeit. Und Dieter hat gesehen, wie das wie so ein Mandel der Leichtigkeit war. Und so ein Korsett, das ich schon seit Kind kenne. Wow. So dieser Druck. Wow. Also Befreiung ist passiert. Ja, genau. Und was ist jetzt mit dem Bluthochdruck weil du hast ja gesagt, du hast gemerkt, dass es wie... Ja, da kam so Leichtigkeit in den Kopf rein. Also ich habe nicht mehr diesen hier in der Stirn... Du hast nicht mehr diesen Kopfdruck auf der Stirn. Genau, genau, genau. Halleluja. Dann glaub mal, dass Jesus dich geheilt hat. das geht noch weiter. Ich bin noch nicht durchgegangen. Aber wir glauben, dass Jesus dich geheilt hat von diesem Bluthochdruck. In Jesu Namen. Gib mir Jesus die Ehre. Kann die nächste Person kommen. Genau darf sie wieder hinsetzen. Was ist bei dir passiert? Ich habe Plattfuß. Plattfuß gehabt. Petra hat für mich gebetet. Aha. Rechten Fuß. Ja. Und jetzt nach dem Beten ist alles weg. Wow. Die Schmerzen sind weg. Und hast du irgendwie gespürt, dass sich ein neues Fußgewölbe gebildet hat beim Laufen? Merkst du, dass es anders ist? Ich bin so ein bisschen was. Du merkst, dass es mehr Hohlraum ist. Irgendwie so gekitzelt. Wow. Und wenn du jetzt läufst, ist es anders als vorher? Ist anders. Lauf mal ein bisschen. Huch. Halleluja. Sie hatte Plattfüße und deswegen Schmerzen beim Laufen. Und Gott hat jetzt ein kreatives Wunder getan. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Geben ihm die Ehre. Halleluja. Danke, Jesus. Was ist bei dir passiert? Ich hatte eine Lungenkrankheit, Lungenemphysem. Lungenemphysem. Und ich konnte ganz schwer atmen und jetzt völlig frei. Wow. Hammer. Erzähl mal, wie lange hattest du das? Ein Jahr circa. Ein Jahr. Und seit einem Jahr konntest du nicht richtig durchatmen? Ja, genau. Man hat auch einen Teil Lunge entfernt. Einen Teil der Lunge entfernt. Genau. Lungenemphysem ist nicht heilbar, oder? Nein. Und seit einem Jahr hattest du Beschwerden beim, du bist viel zu jung für sowas. Ja. Und jetzt atme mal tief durch. Wow. Ja. Und jetzt ist es völlig frei. Frei. Habt ihr das gehört? Das ist ein ganz, ganz gewaltiges Wunder. Komm, lass uns mal Jesus die Ehre geben. Halleluja. Komm, ihr könnt Jesus noch mal anders die Ehre geben. So stark. Ich freue mich so. Halleluja. Oh, preis den Herrn. Come on. Halleluja. So stark. Jesus, der Heiler, ist in Aktion. Was ist bei dir passiert? Wow, so viele, die jetzt schon Schlange steht. Halleluja. Also ich habe in meinem Leben ganz oft Blasenentzündung. Also solange man es denken kann. Und dann hat der Arzt gesagt, ich müsste dann Zeitlebensantibiotika nehmen. Wir kriegen das nicht weg. Und vor Jahren bin ich zu meinem Arzt gegangen, zu Jesus und habe gesagt, das kannst du nur du heilen. Und er hat geheilt. Aber jetzt ist gerade wieder so eine Phase drin, wo das wieder aktiv wird. Wo das wieder anfangen würde. Hattest du Schmerzen in der Blase auch jetzt? Ja, ja. Das ist dann immer. Durch die Entzündung. Und was ist jetzt passiert? Jetzt war ich gerade, jetzt haben wir gebetet. Und jetzt habe ich gesagt, ich kann das nur testen, wenn ich auf die Toilette gehe. Wenn das nicht mehr wehtut. Und war ganz weg jetzt gerade. Du bist auf die Toilette gegangen? Ja, hier bin ich. Hier bist du gegangen? Hast getestet und keine Schmerzen? Keine Schmerzen. Halleluja. Preis den Herrn. Danke Jesus. Danke Jesus. Und ich bin der glücklichste Mensch. Danke Herr. Du bist der glücklichste Mensch. Also eine Begegnung mit Jesus macht dich zum glücklichsten Menschen auf der Erde. Halleluja. Preis den Herrn. Du wolltest auch nochmal erzählen? Also ich habe vorhin mit der Hüfte gesagt. Ah, mit der Hüfte ist auch noch was passiert. Und jetzt ist aber von großen Zehen bis da her, da war alles verschwollen. War verschwollen? Ja. Und dann haben sie gerade so die Hautfärze gerade so abschieben können. Wow. So abgeschorbene Haut. Okay. Und die Schmerzen sind jetzt weg. Wow. Jetzt als gerade gebetet wurde, sind da die Schmerzen gegangen. Das heißt nicht nur die Laufeinschränkung ist gegangen, sondern auch da wo dieser Schmerz am Bein unten war, wo die Füße geschwollen waren, ist auch weggegangen. Die Schmerzen sind weg. Halleluja. Preis den Herrn. Gebt mir Jesus die Ehre. Amen. Was ist bei dir passiert? Ich habe Schmerzen im Oberarm hier. Im Oberarm Schmerzen. Bewegungseinschränkungen. Und Bewegungseinschränkungen. Also du konntest es nicht richtig so machen. Und dann zeig mal, was du jetzt kannst. Jetzt geht es wieder. Mach mal richtig. Mach mal richtig. Ja. Richtig hoch. Mach mal so. Ja. Außenrum. Genau. Es geht. Es geht. Ja, ja, ja. Weiter, weiter, weiter. Ja. Amen. Das ging vorher nicht mehr. Nein, das ging nicht mehr. Nein, das ging nicht mehr. Halleluja. Danke, Jesus. Gebt mir ihm die Ehre. Halleluja. Was ist bei dir passiert? Ein Bein war länger. Was war? Ein Bein war länger. Ein Bein war länger. Okay. Und wenn ich schnell gelaufen bin. Das war medizinisch so, dass da tatsächlich im Knochen, war da was rausoperiert worden auf der einen Seite, oder? Nein. Nein. Das wurde jetzt gerade getestet und dann war das eine länger als das andere. Kommt von der Hüfte dann, oder wie? Ja. Ja, okay. Gut. Und wenn ich schnell gelaufen bin, hat es mich hier am Milch geschmerzt. Dann hat es da geschmerzt, ja? Ja, und auch heute Vormittag hat es geschmerzt hier. Und das ist weg. Und das ist jetzt weg? Das ist weg. Halleluja. Ja, das ist super. Preis den Erne. Ja, das ist krass. Und was ist mit dem Bein passiert? Das ist der Unterschied, wie lang war. Ist das jetzt gleich? Ja. Ist es gleich? Habt ihr es getestet? Ja. Amen. Amen. Halleluja. Ja, Amen. Gebt mir Jesus die Ehre. Halleluja. Besten Erd. Herzlichen Glückwunsch. Super. Was ist bei dir passiert? Gestern haben wir ja so lange Lobpreis gemacht und wir sind lange gestanden. Genau, sie war gestern bei der CD-Aufnahme von unserem Lobpreisteam dabei. War übrigens eine gewaltige Zeit. Halleluja. War stark. Eine sehr schöne Zeit. War echt eine starke Zeit. In 14 Tagen hast du nochmal die Gelegenheit, der zweite Aufnahmetag kannst du noch mit dabei sein. Das ist echt eine starke Sache. Das war es wirklich. Und dann habe ich da mich irgendwie verkrampft oder ich weiss auch nicht. Durchs lange Stehen. Ja, irgendwie. Und ich habe gedacht, ja, das geht dann, wenn ich schlafe, schon weg. Ja. Ist es nicht weggegangen. Ist nicht weggegangen. Es ist immer stärker geworden, als ich da war. Ja. Und jetzt haben wir gebetet und jetzt ist es gut. Jetzt ist es weg. Halleluja. Preis den Arm. Danke, Jesus. Was ist bei dir passiert? Also ich hatte Diagnose Endometriose. Aha. Und ja, als sie für mich gebetet hat, hatte ich solche elektrische Impulse, vor allem im linken Eierstock. Okay. Und das ist jetzt weg und ich glaube, dass ich geheilt bin und dass ich auch schwanger werden kann. Amen. Konntest du deswegen nicht schwanger werden? Also wahrscheinlich, ja. Wahrscheinlich, okay. Du bist verheiratet, oder? Ja. Ja, wie lange versuchst du denn schon? Zwei Jahre. Genau, heute auf den Tag. Halleluja. Vater, im Namen Jesus, Herr, erfülle ihr den Wunsch ihres Herzens in Jesu Namen. Jetzt, Herr. Halleluja. Danke, Jesus. Amen. Amen. Halleluja. Gebt mir Jesus die Ehre. Halleluja. Kommt einfach ein bisschen weiter hier nach vorne, sonst komme ich immer weiter an den Rand. Also, als ich gekommen bin, habe ich hier in den Handballen Schmerzen gehabt. Ja, wie lange hattest du das? Schon ein paar Jahre. Ein paar Jahre, okay. Ja, mehr, mal weniger. In den Handballen, warte, ist das Arthrose, oder? Ja. Ja, Arthrose. Weiß ich seit Nächsten. Aber wahrscheinlich nennst du das so. Jetzt ist das okay. Jetzt ist es also weg. Nach Gebet ist es weg. Halleluja. Und da ist, also da war es voll stark und je länger ich hier stehe, desto weniger ist. Und je länger du da stehst, umso weniger wird es da auch. Also, da ist es ganz weg und da wird es gerade immer weniger. Danke, Jesus, dass es hier auch vor uns komplett weg geht. In Jesu Namen. Der Herr, unser Heiler. In Jesu Namen. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, jetzt mach nochmal so. Wie ist es jetzt? Gut. Jetzt ist es gut. An beiden Händen. Halleluja. Dann geben wir Jesus die Ehre. Amen. Preis den Herrn. Halleluja. Was ist bei dir passiert? Am Dienstag war ein Sturz im Treppenhaus, war eine Engelwendeltreppe bei der Arbeit. Da geht es dann über so einen kleinen Abgrund. Da wollte ich ein Fenster zumachen. Bis gestürzt. Was man normalerweise nicht zumacht. Ich habe mich dann nicht festgehalten, nicht ordentlich festgehalten. Bin so runtergerutscht an so einer Säule lang. Zack, 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 zack. Auf die Rippe drauf. Auf die Rippe. Das Bein hat es weggedehnt. Buh. Wow. Und dann während des Vorgehens ist dann der andere Schmerz auch und die Einschränkung immer weniger geworden. Wow. Da laufen wir ein bisschen. Immer weniger geworden. Halleluja. Preis den Herrn. Amen. Danke, Jesus. Immer weniger. Immer weniger. Danke, Jesus. Du konntest so vorher nicht laufen, oder wie die letzten Tage? Nein, nein. Also ich bin ganz, ganz langsam im Steckentempo gelaufen. Okay. Halleluja. Nur gehumpelt. Nur gehumpelt. Danke, Jesus. Geben wir ihm die Ehre. Halleluja. Preis den Herrn. Was ist bei dir passiert? Ich konnte nicht gerade da stehen. Was konntest du nicht? Also ich konnte nicht gerade so stehen. Nicht gerade stehen. Das war immer so, oder? So, eingenickt. Von der Hüfte her, oder? Ja, wahrscheinlich. Und Marion hat das getestet und gesehen, dass er ein bisschen länger hat. Aha, das eine Becken. Genau. So habe ich gebetet und jetzt ist es gut. Und jetzt ist es gut. Amen. Halleluja. Hattest du Schmerzen gehabt auch da, oder? Nein, eigentlich nicht. Aber das war bei dieser Fehlstellung. Und jetzt merkst du, dass du anders stehst und anders gehst. Ja, genau. Halleluja. Preis den Herrn. Wow. So viele kreative Wunder, die hier passieren. Halleluja. Was ist bei dir passiert? Mein ganzer Bewegungsapparat ist nicht in Ordnung. Gewesen? Gewesen, gewesen, ja. Ja. Und jetzt merke ich Heilung. Ja, was ist passiert? Was hast du gespürt? Also, im Rücken habe ich gemerkt, dass da Wärme war. Dass da Wärme war. Ja. Und woran hat sich das geäußert, dass der Bewegungsapparat nicht in Ordnung war? Ja, mit den Knien. Ich habe Probleme und mit der Hüfte. Okay. Und jetzt, wenn du dich bewegst, merkst du, dass es jetzt leichter ist, oder wie? Das ist auch jedenfalls leichter. Ja? Das rechte Knie, da merke ich noch was. Da merkst du noch ein bisschen was am rechten Knie, aber sonst in der Hüfte ist es jetzt leichter? Das ist leichter. Halleluja. Okay, danke, Vater. Danke, Herr, dass du dich auch noch um das rechte Knie vor uns kümmerst, Herr. In dem Namen von Jesus, Herr. Ich setze jetzt frei. Jesus, du bist unser Heiler, Herr. Und du als der Heiler, Herr, du setzt dir jetzt ein neues Knie ein, Herr. In Jesu Namen, Herr. Danke, Herr. Jetzt. Danke, Jesus. Da ist es. Die Engel transportieren es und setzen es ein. In Jesu Namen. Gerade jetzt. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Ja. Ja. Da ist es. Ja. Ja. Zieh mal das Bein an. Ja. Wie ist es? Super. Neues Knie. Neues Knie. Amen. Danke, Jesus. Halleluja. Ich habe das gesehen, wie die Engel das Knie da rein. Deswegen, ich habe einfach so lange gewartet, bis sie fertig waren. Deswegen hat es ein bisschen länger gedauert. Halleluja. Danke, Jesus. Was ist bei dir passiert? Ich habe mehrere Jahre in der Großkirche gearbeitet. Und dadurch habe ich auch immer Probleme mit dem Rücken gehabt. Und jetzt habe ich am Freitag wieder meine ganze Wohnung und Körper und so gemacht. Ja. Und dann habe ich nachher auch wieder so Schmerzen gehabt. Seit Freitag hattest du jetzt Schmerzen? Ja. Und die Frau hat jetzt für mich gebetet und die Schmerzen sind weg. Halleluja. Und das ist auch das Problem an meinem Knöchel. Das ist auch gut. Was war am Knöchels Problem? Das war so, ich habe am Freitag Geburtstag gehabt und dann war ich mit dem LKW unterwegs. Und dann habe ich da beim Aussteigen vom LKW, habe ich die letzte Stufe nicht mehr erreicht und bin da so komisch aufgeregt. Und das ist jetzt auch gut. Das ist auch weg. Das hast du jetzt schon, die Heilung ist schon in den letzten Wochen passiert? Ja. Kannst du sagen, wann es begonnen hat? Ich habe das wieder extrem jetzt probiert und letzte Woche habe ich speziell noch Milch getrunken. Gab es da irgendeinen Moment in einem Gottesdienst oder irgendwas? Oder hast du einfach nur gewusst, jetzt hat jemand für dich gebetet? Da hat jemand für mich gebetet, weil ich auch mit der Bauchspeicheldrüse, mit Diabetes zu tun habe. Und da bin ich jetzt auch dran, dass ich mit der Ernährung... Wow, aber das ist der Hammer, dass das mit der Milchprodukte wieder geht. Ja. Preist den Herrn. Danke Jesus. Er ist unser Heiler.